ja hallo und entschuldigung mein mikrofon ab herzlich willkommen wieder zurück bei gta rp und heute haben wir sonntag im zweiten juli ich habe gestern nicht aufgenommen ich war gestern zwar online aber ich wollte gestern einfach nicht ich war auch nicht sehr lange online deswegen heute mal wieder eine neue aufnahme so ich war heute auch schon mal ein paar stunden nämlich im dienst gewesen weil sie einfach mal ein bisschen vormittags die zeit verbringen um stunden zu sammeln und b einfach mal um mal vormittags auch ein bisschen den dienst zu haben so genau so jetzt habe ich mir noch eine kleine sache ihr seht schon das bild ist anders ich habe mir wieder reshade installiert und man sieht es schon alleine hier in der grafik das ist ein ziemlicher unterschied zu vorher genau richtig so das wäre das eine das nächste was heute vielleicht anstehen könnte wäre dass ich bin mir noch nicht sicher ob ich hingehe hier 16 uhr 30 shoppen beim ponsenbies und ab 18 uhr haben wir den friseur das friseur braucht bräuchte kate jetzt und nicht unbedingt komm gerne zu ab wann auch immer ist dir passt freue mich auf dich liebe grüße pen ja das ist ja halt immer noch dieses we are only one das ist jetzt immer noch das ding und gestern auch mit gesprächen also kate ist jetzt nicht so hundertprozentig sicher ob es jetzt wirklich das ist was sie jetzt unbedingt machen möchte ich bin mir selber nicht so ganz sicher ob das was werden soll wird keine ahnung einer auf jeden fall da wollte ich jetzt noch mal ein kleines bisschen dienst machen ich weiß noch nicht ob jetzt jemand von tj oder so da ist ich habe keine ahnung jeden fall das pearls offen noch wir schauen einfach mal so ich wollte noch was anderes gucken dein ist die hat auf genau deswegen wollte ich nämlich auch mal gucken ich wollte nämlich auch noch mal gerne zu deines dien und mich da noch mal ein kleines bisschen umschauen und jetzt hier hat man wieder ganze arbeit geleistet ich finde es sieht jetzt viel viel schöner aus nicht mal wieder überrascht wie viel so eine einfache grafik mod aus so einem spiel noch mal raus bringen kann jetzt sehe ich gerade nur nicht meine moment meine fps wo sind denn die jetzt hin bottom right ach da sind ganz ganz sind ja sehr 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 klein sich gerade mal schauen text size ich muss das glaube jetzt sieht man es ein bisschen schlecht aber man kann es tatsächlich so ich würde mal sagen wir fahren erst mal 623 kilometer bin ich schon mit dem auto gefahren wow das könnte man vielleicht ein klitzekleines bisschen größer machen weil es viel ich finde es ein bisschen klein man erkennt es halt nicht nur und man sieht es immer nur erst am anfang wenn man ins auto einsteigt so und die fps sind für mich immer noch verschwunden egal so ja die fps sind wirklich verschwunden ich sehe sie nicht vielleicht sieht man sie nur wenn man gerade in dem menü von reshade drin ist kann das eventuell sein aber oh ich muss sagen ja doch die grafik hat sich jetzt schon um einiges wieder verändert verbessert finde ich sehr sehr schön gefällt mir so tankanzeige sagt mal wieder tanken da geht das geld was caitlin heute als trinkgeld schon bekommen hat wieder dahin aber naja was soll's so erstmal wie gesagt jetzt muss caitlin erstmal tanken so naja bisschen geld hat sie ja da rein ihre klamotten sind in der tasche drin also alles alles ganz okay ich hoffe nur dass das mit diesen ich hab schon tausend dollar vertankt eh heiluja meine herren so wahnsinn schon tausend dollar vertankt eh auto hab ich noch gar nicht so lange aber fehlt da auch das was man mit ähm mit dem firmenauto vertankt also das wird man hier wird ja nicht selbst äh selbst bezahlen aber man muss es doch ähm ja man tankt es ja quasi ne aber es wird ja vom äh firmenkonto abgezogen also von daher mhm okay kann eventuell sein oh ich war ein bisschen zu schnell ähm ähm ja ähm wie gesagt es ähm gab ja am freitag sehr sehr häufig gamecrashes sehr 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 häufig ähm ähm keine ahnung was dahinter sich verbarg DDoS Angriffe oder was weiß ich keine ahnung ich hoffe dass ähm dass das jetzt schon so ein kleines bisschen wieder ähm ja in den Griff genommen wurde auf jeden fall äh kann man nicht sagen dass das Team nicht dahinter her ist also das ist wirklich dahinter her dass ähm dass das alles passt auch Hackerangriffe äh 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 oder was auch immer wird so schnell wie möglich wirklich äh versucht zu ähm zu ähm verhindern und da kann man wirklich sagen das Team ist da sowas von hinterher und ja kann man echt nur sagen immer wieder ein riesiges riesiges Dankeschön ein riesigen Respekt an die Leute die sich hier stundenlang hinsetzen damit wir hier ein Spiel spielen können was kostenlos für uns zur Verfügung gestellt wird ausgenommen natürlich dass man äh das Hauptspiel GTA gespielt also gekauft hat aber ansonsten ist es ja alles hier tatsächlich völlig kostenlos und immer mal wieder darf man nicht sich hier über die Entwickler die Supporter das ganze Team an sich aufregen was die hier für einen Berg an Arbeit haben und ähm das gab es nämlich auch in den Diskussionen das da rege ich mich tatsächlich auch darüber auf wenn es einen Game Crash gibt dass dann im TS wild herum gebrüllt wird beleidigt wird das gehört da definitiv nicht hin auch wenn man sich gerade mega darüber aufregt dass das Game schon wieder crasht A können die Leute vom Support oder vom Team allgemein nichts dafür es gibt einen Auslöser oder einen Angriff was auf immer die können nichts dafür sie versuchen es so gut wie möglich es zu verhindern sie kommen halt aber auch ab und zu halt nicht dagegen an und da hilft es dann nicht die Leute zu beleidigen ähm den Server irgendwie schlecht zu reden das kann jedem Server passieren und ähm ja diese Leute meiner Meinung nach haben dann hier nichts zu rufen Leute werdet erwachsen es ist nur ein Spiel so Real Talk jetzt mal zu Ende das war jetzt meine Meinung ähm wenn meine Meinung mich teilt okay kann ich akzeptieren aber ich gehe da vollkommen mit was ähm da gemacht wird was Beleidigungen angeht und dieses herumgetrolle dann während der paar Sekunden zwischen Game Crash und dass der TS dich movt hat nichts aber auch gar nichts auf diesem Server zu tun nichts es ist reinster Kindergarten und hat hier nichts zu suchen so jetzt ist mit meinem Rent aber auch jetzt Schluss das waren meine drei Groschen für das Wort zum Sonntag so was machen wir jetzt ich würde sagen ich fahre jetzt erst einmal zu Dynasty gucke mich da nochmal nach vielleicht einem Haus um ähm ja und dann mal schauen ne wir gucken mal was der heutige Tag so bringen wird lasst uns einfach mal uns überraschen oh das war ein Schluck auf aber ich muss sagen ja die Grafik gefällt mir hier so gerade mhm sieht sehr 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 nice aus gefällt mir so dann fahren wir mal zuerst zu Dynasty oh ja das gefällt mir hier ja auch sehr also ich muss ja wirklich sagen hübsch 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 so schneller fahren so 90 maximal dann dürfen wir hier durch die Stadt brausen ui das war nicht so gesund fürs Auto so ich war glaube ich äh ne so ich war glaube ich äh äh ne ne es war eine Straße weiter parallel genau erst mal hier in jeder Straße ich muss mich immer so ein bisschen das in diesem LS-Quick orientieren. So, gucken wir doch mal. Vielleicht finden wir ja was. So, gucken wir doch mal. So, gucken wir doch mal. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Street. Aber da gibt es auch mehrere. Ja, sonst guckt mal nach... Na, da gibt es keine Lauf. Ach, ich habe die Flasche einen Schlag. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Oh, jetzt bin ich gerade echt ein bisschen ins Straucheln gekommen. Das mit der Alta Street, diese Wohnungen da, die sehen auch echt geil aus. Also das sind quasi die gleichen, die jetzt Kate auch hat, nur halt modernisiert und echt schön. Also ich glaube, das würde sich auch lohnen. Das kostet zwar fast das Doppelte. Zwei Mieten würde Kate heute hinkriegen. Heute ist ja noch ein Bruchteil von dieser Woche der Miete. Aber trotzdem bräuchte Kate grob überschlagen 12.000, 13.000 Dollar. Damit sie die Miete quasi für nächste Woche schon mitstemmen kann, weil heute ist Sonntag. Jetzt sind es 7.000, die sie hat. Das wären dann mit den 5.000 Dollar, die sie jetzt von der Kaution bekäme, wären das auch knapp 12.000. Es würde knapp werden, aber dann hätte sie, glaube ich, nichts. Nee, dann hätte sie nichts mehr für das Auto und Versicherungen und so weiter. Shit. Das ist shit. Also die sehen halt schon richtig, richtig schön aus, ne? Also, hmmm, kommt man schon ein bisschen ins Grübeln. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Weiß ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Sporttasche habe ich dabei. Okay. Ah, Mist. Ah, aber TJ ist jetzt da. Ich wollte die Tür nicht vor der Nase schlagen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Hi, TJ. Alles gut? Ja, äh, hattest du meine SMS heute früh gelesen? Irgendwas mit den Pantos war, ne? Mhm. Ja, das mit dem Leerfahren, wie gesagt, das kann ich immer nur wieder predigen. Ja, ich weiß. Das muss, äh, ja, keine Ahnung. Sind wir ehrlich, mein Gott, wer jetzt zum Tanken fährt, ist ja eigentlich auch egal, oder nicht? Ja, da gebe ich dir recht, aber dass das, also, ähm, dass der eine hatte geklappert und der andere hatte so ein komisches Klopfen im Motor, aber der wurde dann vom LSC schon repariert. Den hat David dann noch hingebracht. Okay. Äh, wenn jetzt beide wieder da sind, sind doch, äh, er hat zumindest repariert. Er meinte nur, dass, äh, da die Inspektion schon fällig war, oder so. Achso, ja dann. Genau. Und, äh, dann habe ich heute noch, ähm, ein bisschen Wasser gekauft, weil wir noch die letzten, äh, Zitronen und, ähm, Zucker verarbeitet haben für Minzlimonade. Mhm, okay. Mhm. Wo kommst du noch irgendwas zurück? Äh, 193 Dollar waren das. Äh, wo bist du denn hier in meiner Liste da? Ja. 193. Und, zack, Einkauf. So, müsste bei dir sein. Äh. Ja. Wunderbar. Danke dir. Kein Problem. Hat sich schon was mit der Lieferung jetzt schon geklärt? Was ist für eine Lieferung? Äh, oder irgendwie schon wieder bestellt worden? Ist bestellt worden, ja. Okay. Gut. Heute früh war schon ein bisschen wenig da. 150 von jedem war jetzt noch da, als ich ihn geguckt habe. Echt? Okay. Ja. Ja gut, dann will ich nichts gesagt haben. Alles gut. Okay. Ich geh dann mal rüber. Ja, weitermachen. Alles klar. Ja. Ja. Stehst du immer noch hier? Ja. Serviceport 357 zu ihren Diensten. Äh, ansonsten schreibst du die an. Du kriegst keine Antwort 14 Tage lang. Die schreiben dir was. Du schreibst zurück. Alter, 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 Alter. Das ist, äh, boah. Ja, ich kann es ja verstehen, wenn jemand da jemanden sucht, hier die große Liebe oder so, ja, und man schüchtern ist. Nee. Aber ich, ich schreibe rein, ich suche Leute einfach nur zum Chillen. Die schreiben das rein und dann schaffen sie sich nicht mal was, nicht mal was zu schreiben. Ja. Ja. Das ist armselig. Deswegen ignorier ich das jetzt langsam einfach. Mhm. Ärztin deines Vertrauens. Ja, glaub ich auch. Ich verbring dann einfach meine Zeit mit meinen, äh, acht Persönlichkeiten. Ja. Bist du dann bald so Split den Film zwei oder so? Nee, ich mach einfach Speed-Dating mit mir selbst achtmal. Alter, cool. Okay, wie will ich mir das jetzt vorstellen? Gar nicht. Sonst stelle ich dich hier ab, Mann. Vielleicht, vielleicht setzt der, äh, am Tisch, hat sich gegenüberliegend einen Spiegel und redet ihn sich selber einfach. Nein, nein. Ach so. Nee, ich sitze erst mal hier. Ja. Na, du siehst mal, wie gut du bist. Dann. Ja, mir geht's ganz gut, ne? Ach so, so Rücken-an-Rücken-mäßig. Ruhig, nochmal. Sehr gut. Ja, nicht schlecht. Spiegel nutze ich nur, wenn ich alleine trinke. Damit du nicht alleine bist. Ja, Mineralwasser allein trinken ist immer traurig. Oh, du Ärmster. Ja, ich bin dann immer, ich sehe dann immer aus wie der manisch-depressive Marvin-Roboter. Manisch-depressive Marvin-Roboter. Ja. M-D-M-R. Ja. Aus, äh, per Anhalter durch die Galaxis und so. Habe ich nie gesehen. Das ist auch ein Buch. Habe ich nie gelesen. Ja. Sorry, dass ich Sci-Fi nicht so als mein Genre habe. Hallo. Deswegen habe ich immer ein Handbuch dabei. Sci-Fi ist auch nicht so mein Genre. Also wenn ich einen Film sehe, wo ich mir denke, ah, der könnte cool sein. Und dann sehe ich Sci-Fi, dann ist das ein Grund für mich, den nicht zu gucken. Mit ein paar Ausnahmen natürlich. Also es kommt halt drauf an. Wenn es zu abgespaced ist, gucke ich es nicht. Ich fahre gerne durch die Stadt und mache mir mal, wenn ein Polizeikabel vorbeikommt. Piu-piu-piu-piu-piu. Okay, ähm. Wenn es so kleine Elemente sind, tja. Und wenn die mich anhalten, sage ich immer so, ja, ich habe hier gerade auf dem Handy ein Star Wars Film laufen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also die Ausnahme zu Sci-Fi ist Star Wars. Oh mein Gott. Oh, nee. Das Schlimmste, was es gibt. Nein. Habe ich nie geguckt. Wäre ich auch nie geguckt. Also, hallo, vier bis sechs sind ja wohl die besten. Ja, hallo. Ich habe keinen einzigen gesehen. Ich bin eine Prinzessin, die gerettet werden muss. Hallo, ich bin der Ritter. Lass mal bumsen. Ach nee, du bist ja meine Schwester. Geht ja nicht. Ja, ist ja gar nicht wahr. Ich weiß, nur einmal liegt bei einem Kollegen so nebenher, als wir da gechillt hatten auf der Glotze, im Teil, ich weiß nicht mal welcher. Mein Kommentar war dazu einfach nur, Alter, da landet gerade so ein dickes Raumschiff und die Bäume bewegen sich. Wie unrealistisch ist das denn? Das war mein Kommentar. Okay, das war wahrscheinlich dann... Warte, welcher kann das gewesen sein? Ich glaube, das war der sechste. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die alle unnormal genervt von mir waren. War ich so voll der... Also... Weiß ich nicht. Und dann wurdest du nach San Andreas abgeschoben. Ja, so ähnlich. Vier bis fünf waren sehr gut. Eins bis drei... Wenn man von Jar Jar Binks aufsieht, auch geht... Hallo, Jar Jar Binks ist da. Nee, Jar Jar Binks ist ein Arsch. Ich B.I. Beans, ein Botschafter Jar Jar. Wichse? Wichse, wichse wissen. Und sieben bis neun war einfach nur Mist. Kann man sagen, was man will. Ich bin eher so Fan bei Science Fiction von sowas wie Interstellar, Foundation Trilogie. Ja, nee, das ist dann eigentlich gar nicht meins. Das habe ich auch nicht gesehen. Wäre auch wahrscheinlich nicht meins. Ein Kollege hat den irgendwie dreimal im Kino geguckt. Ach du Scheiße. Aber der ist halt auch so einer, der guckt halt immer so Filme mehrfach dann. Kann ich nicht. Ich kann auch nur ein Buch einmal lesen. Wenn ich das dann nach Jahren wieder lese, fällt mir wieder alles ein. So. Hallo. Guten Tag. Und du haust jetzt ab, oder was? Ich hau jetzt ab in der Hinsicht, weil ich müsste einfach zu Mosleys mein neues Auto abholen. Und da ist jetzt nämlich die Frage, hat einer Lust kurz zu fahren? Was für ein Auto? Kann ich machen. Kein Problem. Ja. Was für ein Auto? Das ist geheim, das will er nicht sagen. Keine Angst, in einer Woche sagt er sowieso, da gibt's wieder zurück und holt sich ein anderes. Kann gut sein, je nachdem was die dir da jetzt liefern. Wenn das nicht so ist, wie ich das haben will, dann kann das gut sein, dass ich das dann... Und bist du schon öfters Motorrad gefahren, als du das eine Mal? Ja. Tatsächlich ja. Dadurch, dass wir jetzt die Mule haben, muss ich nicht ständig mit meinem Großen hierher kommen. Dann kann ich auch einfach mal ein bisschen mit dem Bike fahren. Hast du eigentlich Ohrenschmerzen, oder warum hast du das Auto? Ich war gerade noch am Telefon. Ich halt das noch ein bisschen ran. Das ist so schön warm. Wie viel Ohren schmerzt du, als wieder rauskam das jetzt? Äh. Ne. Eigentlich könnte man auch den Panto von LSC abholen. Ich glaube, die haben uns einfach vergessen anzuholen. Echt? Ist der noch nicht da? Der ist heute Morgen schon da. Ich hab ihn heute Morgen ja hingebracht. Ja, der hat geklopft. Der Motor hat geklopft wie Sau. Ich hab immer die Tür aufgesagt. Scheiße. Hä? Ich hab mal die Tür aufgemacht, aber keine Ahnung es bekommen. Also ich hab letztens die beiden mir angehört und hab auch gesagt, also der eine, da hört sich der Motor irgendwie komisch an. Der war so dumpf. So ein Unterton irgendwie so. Mhm. Dann hab ich TJ gefragt. Er hat gesagt, nö, das ist alles super. Dann hab ich Fuchs gefragt. Er hat gesagt, das ist alles super. Und ich kann da rein. Könnt ihr mich am Arsch wecken. Jetzt einfach mal nochmal den Motor, also ausgemacht und nochmal den Motor kommen lassen. Hab ich. Ja, okay. Nee, das, das Geräusch kam von, von einem, von Jacobs äh, Rappern, die auszusehen im Kofferraum eingesperrt sind. Achso, okay. Dann wird er nicht sagen. Ach, ja, nee. Ja, doch. Gut. Äh, wollen wir? Mhm. Kann wir machen. Bis gleich. Juhu. Ja, ja. Ja, kurz aufstempeln, bevor ich gerne mit dem Keks geht. Mhm. Ich muss dich da ja nur ablassen, äh, rauslassen. Ablassen. Ja, wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest, kannst du dich auch kurz warten. Das ist mir egal. Du kannst auch mit meinem Bike fahren, wenn du willst. Hm, ich hab keinen Motorradführerschein. Hast du einen Autoführerschein? Ja. Dann hast du auch einen Motorradführerschein. Achso. Oh, wow. Ja, wie du willst. Nichts egal. Nee. Bist du eben vom Norden gekommen? Ja. Bist hinter dir ein Pandu gefahren? Von uns? Äh, nee. Auf dem Highway? Weiß nicht. Vor mir ist mich genau dieses Auto, genau dieser Farbe, auf dem Highway mit maximal 110, 120. Ja, ich war gerade auch ein bisschen auch im Gedanken gewesen. Warte mal, wo weiß ich. Oh, ich fahr die ganze Zeit da hin. Und ich fahr die ganze Zeit da hin. Oh, das Gaspedal ist rechts. Jetzt fahr doch mal. Hedehedehedeh. Hedehedeh. Hedehedeh. Ich hab halt ein bisschen so mal auch zur Seite geschaut, damit ich mich auch mal ein bisschen hier an den Strand konzentrieren kann. Und ich fahr die ganze Zeit da hin. Ja, der hättest doch überholen können. Nein, das ist ja nur eine Spur. Ist... Hä? Richtung Süden ist der West Highway auch mal zwei Spure. Ich hätte es doch überholen können. Ja, aber nicht da, wo wir gefahren sind. Boah. Da haben wir keine zwei Spuren. Und ich fahr die ganze Zeit da hin. Ein kleiner, rote Spritze. Fährt vor mir auf dem Highway. Hollei, 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 Hollei. Jetzt fahr doch was für eine Seite. Ich will da mal vorbei. Hollei, 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 Hollei. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ja, genau, ja. Och, vor der Hauptzeit, Alter. Du musst dir das nicht machen, müssen wir reinkommen. Ach, schon wieder einer. Ach, ja. Was ist das Ding machen, muss wir reinkommen. Der hatte so Bock. Guck mal rein, leckerchen. Der hatte so Bock gerade. Ja. Good cop, bad cop. Ja, wahrscheinlich. Das wäre geil, wenn da so ein schwuler Polizist wäre. Hiiii. Also wenn sie jetzt nicht reinkommen, dann kommen wir von hinten und glauben sie mir, ich kenne mich aus. Oha, was soll das jetzt hier heißen? Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Hä, wieso? Ja, jeder darf lieben, wie er mag. Also bitte. Ja, natürlich. Habe ich auch nichts gegen. Im Gegenteil, finde ich sogar richtig. Wenn jemand der Meinung ist, ah, ich habe das Gefühl, ich kann vielleicht auf Männer stehen oder irgendwas. Dann ist das so meine Güte. Finde ich auch richtig. Und du sagst, ich habe ja auch gesagt, ich habe auch einen Kollegen gehabt, der meinte so, ah, ich weiß nicht, irgendwie so, ich habe das Gefühl irgendwie so. Ich dachte, weißt du was? Mach's doch einfach. Ja, wie, mach doch einfach. Ich sag, geh, triff doch mit dem Güten. Ja, eben. You did a try. Und wenn das für dich so ließ, Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ich sag, und wenn ich denn nicht, mein Gott. Echt, ey. Aber ja, aber dann, ich weiß nicht, es ist so, dann bin ich vielleicht schwul oder so. Ich sag, ja. Ja, und dann bist du halt schwul. Dann ist das halt so. Ich sag, mach dich jetzt auch nicht schlimmer. Eben. Ich sag, du kannst doch, ich sag, wenn du immer noch B sein, wenn du auf beide stehst, dann ist es auch so, du musst nach rechts. Du musst liest. Ach, oh. Oh ja, stimmt. Hast verpasst. Genau. So, einmal runn. Ja, wie du willst. Kannst du das natürlich fahrten, oder du sagst mal zurück. Ja, ich fahr zurück. Gut, dann bis, ja dann gleich oder so. Ja. Ja, danke. Gerne. Pas w, erstmal. Miiverse. Ich sag, mal auf. Ich sag, mal auf. Oh marked. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte kurz, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, du hast das Auto doch schon seit drei Wochen oder so. Warte kurz, ich muss gerade mal rechnen, ich muss gerade mal zählen, wie oft schon abgezogen wurde. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn jetzt hier? Ja, 25.6. Okay, nein. Geht das zu weit? Nee. Nee, geht nicht, ich muss unten beim Geldautomaten. Ach, da kann ich die ganzen einsehen. Du kannst da eine Übersicht aufmachen von deinem Konto, da kannst du auch sehen, wann hast du Gehalt bekommen, welche Ausgaben hattest du. Oh, okay, ja gut, das ist eine gute Idee. Warte mal, steht das nicht auch auf meinen Papieren? Zulassung des Fahrzeugs, ja. Ja, wollte ich gerade. Zulassung, Fahrzeug, Fahrzeug scheint da. 14.6. Nee, dauert noch. Ja, aber 14.6, das heißt, du hast dann in der Woche 1, 2, 3. In der Woche habe ich bezahlt, die dritte Woche, ja. Äh, warte mal, 14. hast du gesagt, ne? Ja, das heißt, du hast für die 14. Woche bezahlt, dann hast du am 18. Meter, das sind 1, 2, 3, jetzt ist die vierte Woche. Jetzt ist die vierte Woche? Jetzt müsstest du, glaube ich, das letzte Mal die große Rate zahlen. Und dann ab nächster Woche, dann ist dann nur noch die Hälfte. Ja. Das ist ja dann noch besser. So, dann komm mal, dann hast du 4.000, sagen wir mal 4.500 Dollar Miete, ja? Mhm. Dann runden wir mal auf, 500 Dollar die Steuer und die Abgaben, die man ja zahlen muss einmal die Woche. Genau. Da hast du 5.000, dann die halbe Rate vom Auto, das ist wie viel? 600, 600, noch was, irgendwie ein Dreh. Das heißt, das heißt, 5.600 an fixen Kosten, du verdienst 5.000 fast hier. Dann hab ich 7.000 jede Woche plus. Ja, das war's vom Grundgehalt, ne? Wenn du noch Überschritten machst, kriegst du drauf, trinkt Geld, trinkt Handel fahren. Ja, also, an und für sich kann ich mir die gut leisten. Ja. Wie gesagt, du hast von deinem Fixgehalt 7.000 zum Leben, das sollte doch reichen, um mal ein bisschen Geld beiseite zu legen. Ja. Und alles, was du hier mit Bringerando, Trinkgeld und Überschritten, das ist halt extra oben drauf, Konsum. Richtig. Oder halt, das beiseite legen. Mhm. Und wenn ich es schaffe, mit einem Haus für 6.500 zu halten, dann schaffe ich das ja auch easy. Ja. Du hast dann halt ein Auto und eine Wohnung und dann kommst du auf das Gleiche halten. Ja. Aber ich glaub, ich werd gleich, wenn ich Feierabend mache, auch mal zu DINISTI fahren und gucken, was es da für Wohnungen gibt. Weil ich hab mir die gar nicht angeguckt. Das müsste ich grad nur wissen. Wo gibt es Lagerhäuser? Äh, in Sandi gibt's eins. Ah, da. Und es gibt eins hier in der Stadt. Im Industriegebiet, die von Mero Park. Ah, da. Ah, da. Das heißt, wenn du um 17 Uhr die Liefung fertigst und um 18 Uhr Feierabend machst, kannst du ja fragen, ob du die Molo immer ausleihen kannst für eine Stunde oder so. Ja, wenn überhaupt eine Stunde, wenn ich dafür überhaupt eine Stunde brauche. Und wie gesagt, äh, Lager mit 100, also 100 Einheiten hast du für 100 Dollar die Woche. Ja, und ich brauch das ja quasi ja nur für ein, zwei Tage. Und das sind halt nur 100 Dollar, also das ist halt was anderes wäre, wenn die irgendwie 1000 Dollar verlangen würden, dann... Ja, puh, nee. Ja, so kannst du es halt zwischendurch. Ja, und dann ein, zwei Nächte vielleicht in dem Hotel und dann... Ja, wie gesagt. Ja, vielleicht nur eine Nacht, weil... Ja, vielleicht kriegen wir heute das Gehalt nachgezahlt oder morgen oder so. Ja, wenn das Gehalt noch nachgezahlt wird heute, ja, dann hab, dann mach ich ihm überhaupt gar keine Sorgen. Ja, es ist halt die Frage, ob es heute nachgezahlt wird und wie viel halt, ne, weil ich glaube, die Überschünden, wenn wir... Am letzten Mal wurden die Überschünden nicht berücksichtigt, da hat man ja so einen Pauschalbetrag gekippt. Ja, das heißt, das stimmt. Ja, aber im schlimmsten Fall hast du halt eine Nacht im Hotel und... Ja, na mein Gott. Hast du morgen, das geht zusammen. Ja. Ja, warum nicht, also das Haus in Tumash hat ja auch keinen Garten gehabt, das heißt, du hast jetzt nur das Meer in der Nähe und jetzt bist du mitten in der Stadt halt. Und wenn die Wohnung innen drin super geil aussieht, warum nicht? Ja, die sieht wirklich schön aus. Da musst du mir mal angucken. Nicht, dass ich noch neidlich werde und auch umziehe. Also das ist alles Alter Street. Die hier sehen richtig, richtig nice aus. Nicer, nicer. Ja, du musst halt dir vorstellen, du kommst in die Tür rein, du hast direkt vor dir schon mal die Küche. Aber eine sehr offene Wohnküche quasi, wo du dann zur linken Seite dann halt nur einen Wohnbereich hast. Dann ist, ähm... Also so sieht's bei mir aktuell aus. Dann guckst du nach links, da ist dann ne Tür, da geht's ins Badezimmer. Und dann hast du noch ne Tür, da ist das Schlafzimmer. Und das reicht, für eine Person reicht das dicke. Ja, cool. Ja, ich hauge mir jemanden. Wäre vielleicht ne Alternative, wenn ich sage, vielleicht doch verkleinern, aber aktuell finde ich das Haus ziemlich cool. Vor allem die Aussicht und den Pool und so. Und direkt am Europark halt, dann kann ich schön joggen gehen. Ja, wer will... Also das ist echt schon ne schöne Gegend da. Jo. Da ist auch ein Haus wieder frei geworden, das sieht auch ziemlich geil aus, aber das ist viel zu groß für mich. Zweistöckiges. Oha. Ich glaub europäischer Stil oder so, weil das immer mit Steigen... Uh. Diggelsteigen, wir brauchen das hinten Pool mit Whirlpool. Uh. Schön, schön. Schöne Einfahrt und Gage. Ja, aber höchstwahrscheinlich teurer als meins. Ja, wahrscheinlich. Meins ist schon teuer genug mit 6,5. Oh, Betts war klar. Nö, 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 nö. Ja, ansonsten hast du nicht viel verpasst in deiner Mittagsbranche. Nix passiert. Nö, ein Tisch. Die Cops waren da. Mhm. Dann sind eigentlich ein paar Leute gekommen und haben die Bestellung aufgegeben. Ja, aber mehr nicht. Nö. Naja. Cops, der ein bisschen genervt war. Kann ich schon verstehen, Alter. Der kriegt weniger Gehalt als wir und Zeit haben die ganzen, ganzen Saatgut. Er ist schon blöd. Der ist schon blöd. Wir spannen damit, glaube ich, jetzt wahrscheinlich sowieso Geld gegenüber, wenn wir es immer kaufen werden beim Bauern. Ja, natürlich. Da würde ich bloß erwarten, dass das Pölz das Saatgut stellt oder so. Klar. Ach, ich bin mal. Weil aktuell hat keiner Bringerrandung, nö? Ähm. Nö. Gerade keiner mehr? Nö. Der Alex ist gefahren, aber den hast du ja jetzt gefahren. Ach ja, stimmt. Das heißt, wenn du noch eine Tour machen willst, macht, bevor ich auf den Feierabend gehe. Oh, was haben sie hier? Ich weiß, dass dich ja hier irgendwo herumläuft, aber... Drei, vier, vier, fünf. Drei, vier. Ja, ich kann ja ein bisschen fahren. War nur ein Vorschlag, also ich zwinge dich nicht. Ich weiß. Aber es ist halt auch, äh, das Kleingeld, was dann halt immer ein bisschen noch lockt. Ja. Ah, ich guck mal gerade. Ich guck mal gerade. Ich nehme jetzt einfach mal von jedem 15 mit und dann gucke ich mal. Ja, mach mal. Okay. Viel Spaß. Yo. Bis später. Oder vielleicht auch schönen Feierabend. Mal gucken. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Hallo. Hallo. Alles gut? Äh, ja. Ich war nur so überrascht. Hier steht gerade jemand vor der Tür. Ja, wenn die Kunden reinkommen, kannst du gleich in den Fang nehmen. Ja, auch wieder wahr. Ja, genau. Ich gucke mal kurz in den Kühlschrank. Hi. Bist du ja auch noch da? Ja, ich bin die. Nein, nicht mal der David. Achso. Ihre Eingabe konnte nicht verarbeitet werden. Ich glaube, der muss zurückgesetzt werden. Der ist kaputt. Hey, ich fahr mal kurz zum Bauernhofhof. Mhm. Bauernhof hoch. So, um nicht zum Bauernhofhof. Mhm. Zum Bauernhofhof. Ja. Mhm. Okay. Geht's dir gut, oder hast du da eine Ehre an dir? Ich bin gerade mal verschluckt. Hast du verschluckt am Ursaft? Mhm, klar. Ja, ich hab gerade Ursaft getrunken. Was für ein Ursaft? Selbst frisch gepresstin. Mhm. Selbst gemacht, ja, ja. Hast du dich aus Versehen auf die Orange gesetzt, oder was? Nee. Ich muss jetzt mal schauen, was ich über einkaufen wollte. Ich hab die nicht mit den Hintern ausgepresst. Nee. So. 4, 4, 3. Mhm. 4, 4, 3. Okay. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Oh Gott. Was machen die für komische Bestellungen hier? Du kannst ja auch Whistle-Gott fragen. Gibt's nur einen Account beim Scott. Meinst du? Na ja, ich will mal weiter. Ich hoffe mal, dass die jetzt hier mal wieder in der Stadt sind. Nicht so weit weg wieder. Ach, der ist zumindest hier. Industrie-Gebiet. Oh, T.J. ist wieder da. Oh, T.J. ist wieder da. Hallo. Aber ich habe den Führerschein noch gemacht, die Woche für vier Riesen. Hallo, Fuchs. Okay. Und ich war noch in Kajos shoppen für vier Riesen. Pff, ja okay. Ja gut. Vier Riesen in Kajos shoppen würde ich auch gerne. Ich musste heute erstmal 300 Dollar an Dr. Schmuddel bezahlen. Äh, hör auf, ich heute früh auch. Weil ich habe in der Nacht hier eine Autofür geknutscht. Ups. Ich bin heute Morgen mit meinem Fahrrad trainiert. trainiert und da habe ich mich einfach mal gemault. Ach so, ach. Ja und Hanna hat jetzt einen Gips. Nein. Ach Mensch. Ich bin heute zwei Tage um ihren Krischel herum. Hast du was gesagt? Ich habe dich nicht verstanden. Hi, Vio. Hi. Wann haust du nachher ab? Ich hau ab. Okay, pass auf dich auf. Tusen. Dito. Tee. Gut. Mach keinen Schmarrn hier. Äh. Heiser Schmarrn. Geh doch nicht. Also bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Wieso? Ich mache nie Quatsch. Außer wenn ich vielleicht mal aus Versehen mal mit dem Fahrrad mich maule. Meine Güte. Das kann passieren. Das kann passieren. Ich liefere mal eben Essen. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Viel Spaß. Bis auf dich auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ballum, ballum. Tate, kommst du nachher mit? Ach, wegen dem, ähm, shoppen? Ja. Äh, wie war überhaupt das Treffen am Freitag? Na ja, wir waren nur zu viert. Wut? Ja, die anderen hatten irgendwie keine Zeit. Ah, okay. Ich wurde da auch angerufen, wie ich so einen Führerschein machen konnte. Und habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt auch nicht noch fehlen. Vor allem, wie ein Führerschein jetzt nicht so wichtig ist. Ah, da hatte ich andere Prioritäten, jetzt darf ich wenigstens legal fahren. Naja, 1000 Dollar gespart zum Normalpreis und man hat einen Führerschein, bevor man ihn wieder verlängern musste, ne? Ja, und jetzt können ja auch wirklich alle, ne? Jetzt wird da die Bode eingerannt. Ja, ich habe eh kein Geld für den Führerschein, von daher macht das auch keinen Sinn für mich gerade. Äh. Ja, gut. Ich habe nur jetzt gesehen, es gibt eine echt schöne Wohnung in der Alta Street. Jetzt habe ich mich schon wieder umentschieden, verdammt. Und du hast mal meine Frage nicht beantwortet. Ja, ich weiß es nicht, ob ich da, ob ich da nachher hinkomme. Also, ansonsten kann ich fragen, ob ich für dich mit einkaufen soll. Du kennst aber meinen Geschmack nicht. Ja, dann sagst du mir, hast du dir denn schon mal was angeguckt, was du ungefähr haben möchtest? Möchtest du gerne sommerliche, sommerliche Kleider mit Strumpfhose? Möhm. Also nur Strumpfhose. Also um 16.30 Uhr ist das Treffen. Möhm. Und ich sage dir ganz ehrlich, so teuer wir die Kleidung sind, würde ich an deiner Stelle wirklich das nutzen. Guck mal, das Chill-In sucht Leute. Service, Bar, Logistik, Sicherheit und Unterhaltung. Wieder an die Leitestelle. Da ist Percy, ich spreche mit David, hallo. Ich weiß nicht. Kriegst du auch nicht so danach, als hättest du Lust so damit zu machen? Möhm, nee. Ehrlich gesagt, nein. Ja, dann sag denen das doch. Ja, genau, sag sie das direkt. Du musst das denen sagen. Ja, also vorgestern war mir halt Führerschein wichtig. Ja. Ne? Ansonsten wäre ich ja mitgekommen. Ja, ich fahre jetzt mal mit hoch. Oh ja, okay. Aber wenn du so an sich Bedenken daran hast, musst du, weißt du, dass du... Ja, ich hatte jetzt ja zwei Nächte Zeit, darüber zu pennen. Du musst euch kurz unterbrechen. Ja, bitte. Fahr dir bitte mit hoch. Ja, na klar. Ja, bitte. Ähm, ja. Alles klar. Erstellung! Also ich meine, das ist nicht böse, sondern ich meine, das wäre die anderen gegenüber, weißt du? Ich weiß, aber ich hatte jetzt ja auch quasi zwei Nächte Zeit, mal drüber nachzudenken und... Ja. Ich weiß nicht, ob das das wirklich das ist, was das Richtige für mich ist, also... Du, du musst dir da ja nichts erhoffen. Die meisten Frauen, die ich jetzt da kennengelernt habe, die haben auch gesagt gehabt, ähm... Die sind nur da, um Frauen kennenzulernen. Echt jetzt? Ja. Jetzt echt? Ja. Was? Das haben die alle gesagt, die ihm gesagt haben, ja wir außen uns da nicht, äh, neue Kontakte knüpfen, wäre jetzt auch nicht schlecht. Ja. Hm. Wie, also, ich gehe da ja nicht wegen des anderen Milen, also... Ja, ja, und die, und die tragen Klamotten, oder wie? Nicht unbedingt. Wenn die das anbieten, nehme ich es natürlich gerne an, meinst du? Hm. Ja, schon klar. Äh... Ja, und, also, Friseur interessiert mich überhaupt nicht. Ich mag meine Frisur, so wie sie jetzt ist. Genau. Ja, und, das ist ja auch alles dir überlassen, ne, ob du Friseur oder Make-up machen möchtest oder nicht. Ähm, ich darf das auch so. Ich... Äh, ich meine, ich habe bis jetzt niemand anderen gesehen, der so eine ähnliche Frisur hatte wie ich, und ich finde, meine Frisur ist so eine Art Markenzeichen. Hm. Also, das sollte jetzt gar nicht so überheblich klingen, oder so. Um Gottes Willen, hört es sich jetzt doch gerade gar nicht so an. Es ist halt, äh, so wie du dich halt wohlfühlst. Ja. Ne? Ja, und... Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Leben immer wieder komplett auf den Fugen gerät, irgendwie. Oh je. Nee, es ist, 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 ist es nicht schlimm, irgendwie, ne? Es ist aufregend. Seitdem ich hier lebe, ist es echt aufregend geworden. Hm. Und das ist irgendwie auch eine, auf eine, irgendeine Art richtig gut und, ja, nicht mehr so langweilig wie in Vancouver. Ja. Ja. Also ich, 16.30 war das, ne? Ja, genau. Ja, aber nur um da hinzugehen, um jetzt, äh, ich weiß nicht. Also, ich bin der Meinung, also, ich persönlich bin jetzt der Meinung, wenn du an sich so gar keine Interesse zum Beispiel daran hast, wäre es halt nur fair, denen zu sagen, dass du da nicht mitmachen möchtest. Mhm. Ich meine, du wurdest ja auch gefühlt, mehr oder weniger, dass du dazu gezwungen warst. Ja, weil sie gesucht haben. Ja. Wurde da irgendwie reingedrängt. Und ich hab gestern mit Azad auch darüber, ne, doch mit, äh, doch mit Azad gesprochen. Mhm. Und da hab ich auch schon so, mhm, ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Will ich da jetzt mich darstellen? Als ob, nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein Mensch, der sehr viel auf sein Herz und auf sein Bauchgefühl hört. Mhm. Ja, und das ist auch vollkommen in Aufnahme, aber vor allem richtig so. Ich mach da mit aus dem Grund, weil ich dann mal was anderes sehe, ich hab eh nicht so viele Kontakte und dann, und es ist auch widerrichtig. Ja gut, das ist auch widerrichtig, das stimmt, da geb ich dir recht. Und ständig nur im Laden zu stehen, was wir sonst immer machen, ist der Aufgang, weil ich kann mit Abwechslung. Ja, da geb ich dir auch wiederum recht. Ich bin so zwiegespalten. Das musst du für dich selbst suchen. Alter, musstest du mich jetzt überholen, nur damit du hier rüberziehen kannst? Das ist unsere Arbeitskollegin gewesen. Nee, welcher? Äh, ich weiß den Namen nicht mehr. Musste das jetzt grad sein? Kannst du dir gleich eine Ansage machen? Wenn er da ankommt, ja, dann sag mal eins, ey. Kann doch nicht sein. Überholen und komplett rüberziehen. Wenn der noch langsamer gefahren wäre, nachdem hätte... Wir säßen jetzt auf der Ladehaube. Hm. Alter. Vorhin bin ich ja auch mit Bringerando lang gefahren, so konnte ich auch nur den Kopf schütteln. Einer fuhr die ganze Zeit auf der linken Spur, dann hat der hinter ihm immer nur gehubt, dass er ihm Platz macht. Denkst du, der hat Platz gemacht? Der hat ihn richtig bedrängt. Oh Mann. Ich hatte schon richtig Angst, bin im Abstand zu denen gefahren. Die können alle Leute hier fahren, wie sie wollen. Als hätten sie den Führerschein im Jackpot gewonnen. Ich bin auch nicht besser im Autofahren. Aber ich achte darauf, dass ich nicht die anderen irgendwie dränge oder so. Ja, aber das war gest... also das war vorhin... also... Das war schon echt hart. Nur weil sie einen dicken Schlitten unterm Arsch haben, denken sie, sie sind die Könige der Straße. Ja. So. Wollen wir doch mal gucken, was hat denn der Bauernhof alles Schönes für uns da? Mhm. So hat der Wagen, ne? Nee. Nee, nee. Der ist neu. Das andere war so ein rostiges Modell. Achso. Und dann weiß ich das nicht. Das war irgendein... irgendein anderes Auto. Oh, langsam fand ich, dass ich mich hier noch irgendwie in den Matsch einfahre. So. Oh. Moment. Ich mach mal grad Platz. Kann er rausfahren. Jetzt wär er da. Äh, jetzt fahr ich wieder hier. Oh Mann, ich dachte, er fährt hier durch. Achso. Meine Bitte. Unglaublich. Hallöchen. Ja. Alles gut? Ja, selber. Ja, wie immer. Ach, und da kommt schon unsere Mule. Ja, die wissen schon Bescheid, wir sollen hier kurz warten. Okay. Na, super. Na, Jan? Hallo, Jan? Ja, ich komm. Ich bin grad oben im Bauernhof. Ich komm runter. So, aber wegen Ärger so... Ach, scheiß drauf. Okay. Ja. Eine war dann voran. Ich bin grad mit den kleinen Zuckern da langfahren. Das würde ich auch mal. Sind das Rasenmäher? Das ist Rasenmäher. Ha, krass. Krass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war nicht schön. Nächstes Auto von Rhein. 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 hinten drauf stehen, wenn die ganze Zeit der Wind herumfliegt und die Fliegen einem ins Gesicht klatschen. Ich glaube, die sind das gewohnt. Oder die haben diese komischen Masken, die sie ja immer dabei haben, auch während der Zeit. Kann ja auch sein. Das sind die Brille, ne? Ja. So eine Atemschutzmasken sind das doch auch manchmal. Ach, ich hätte einen weiterfahren können. Jetzt egal. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben noch mehr Wasser dabei! Wir haben noch mehr Wasser dabei! Ach, fuck! Moment! Bei mir lag gerade ein Fehler weil... Ah! Disconnected! Was? War ganz schön luftig gerade! Ah! Oh oh! Gerade Probleme! Moment! Ich muss gerade mal gucken, dass ich den TS wieder zum Laufen bringe. Irgendwie ist es gerade die Verbindung zum Server fehlgeschlagen. So... Scheint gerade vielen zu gehen, wenn ich hier gerade den TS-Verlauf sehe. Ja? 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 umentönlich! Du bist ähnlich. Mann, schwer. Ah, hi! Okay. So, jetzt. So. Alles leer. David, es ist alles leer. Alles raus. Ja. Okay, alles gut. So, Mole ist leer. Ja, sehr gut. Nimm nochmal jemanden mit und hol den zweiten Panto gleich bitte vom LSCR. Der steht da auch schon. Na klar doch. Wunderbar. Wollen wir noch gerade das Wasser rein? Mhm. The. Okay. Wo sind denn jetzt die alle hin? Was nur rüber zu mir lässt... zu... Ach, Fuchs! 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 Hallo! Rede mit mir! Mann! Reden alle nicht mit mir. Ich muss nur zum LSC. Fuchs! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Was macht ihr gerade? David Hey Was kochst du? David? David? Nein Was bereitest du gerade zu, TJ? Alles Lass mich mal gerade eben bitte kochen Ah, okay Okay, na gut Achja, will anrufen Ah, geht nicht ran Hallo Hallo Kate 2 Wird jemand bringen ran, du? Äh, nicht, dass ich wüsste Ich warte lieber, das hat das letzte Mal auch jemand gesagt Nee, es fällt keiner, sind beide Panthers unten Achso, okay Und fahre ich Go for it Kein Problem Außer ihr wollt Nö, ich bin eben gerade schon ein bisschen gefahren Kannst ruhig machen Okay Okay So Oh... Habt ihr jetzt gerade noch Sachen bei euch? Ich weiß noch, ich fahr mal zum Klox, die haben wir bestellt. Habt ihr noch gerade Fisch und so bei euch oder sowas? Nee. Nee. Da ist noch was zum Abholen, ich weiß aber nicht wie viel ist, deswegen ist die Mutter noch hier. Okay. Ich brauche einen Lebensretter, das war mal vegetarisch. Mhm. Let's see those chips, please. Eine Forelle fehlt noch komplett. Soll ich noch mal hochfahren und die abholen? Das ist meine Sinne noch nicht. Ach so, ja gut. Aber ich weiß halt nicht wie viel da noch ist, keine Ahnung. Äh. Haben wir Brocke? Und das closes out the bets. Let's begin. Oh oh. Hä, wieso Brocke die denn jetzt weg? Ja, hab ich auch nicht missbestellt, glaub ich. Hab ich vergessen. Ja, dann wird's mit Lebensretter vegetarisch schwer. Ja, dann machst du halt Schenken-Nudel-Auflauf und Schenken. Die zwei. und 2 getränken. Zwei getränke. Neim... Neim Helног nochmal... Let's get the bets in. Place your chips. Bei Kochschinken. hm 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 hm. Wooten. Das ist bei der Sonne. Das ist mit der Redner. Warte mal. Ich brauche noch ein bisschen Schokolade. Die Beteiligung hat Bust. Beteiligung, bitte! Lass uns die Chips, bitte! Und das closes die Beteiligung. Lass uns beginnen. Ach du! Lass mich jede... Entschuldigung. Und Busted. Dann fahre ich mal zum Sons. Mhm. Sitten an 18. Dealer Wins. Es ist Zeit für Betten, bitte! Zwei, 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 zwei Getränke an. Die sind schon wieder... Ach, ich krieg nicht. Wieder weg. Ja, ist okay. Ich hab schon versucht anzurufen, aber es ging keiner ran. Ja. Hast du denn die Nummer von Penja, ne? Ja, ja, hab ich. Hab da schon versucht anzurufen. Aber sie ging nicht ran. Ja, hab ich ihr jetzt eine SMS geschrieben. Mhm. Okay. Ja, bis später dann. Ja, bis später! Ciao, ciao! Okay, oben ist nichts mehr. Wunderbar. Gut. Mit, wenigstens. Ew. Be dicho ra preconceiten. Sieg in die Mitte finden Siegeben neben den Zug an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann können wir schon mal auch die Fische machen. Okay. 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 Ja, da fehlt aber nur einiges. Echt? War die Mule nach oben gerade? Brian? Ich hatte den Rest dabei, habe ich auch geschrieben. Am Arsch, der Rest, da fehlt die Hälfte. Echt jetzt? Ja. Der Typ meinte, das wäre alles hier. Ja, Zucker fehlt komplett. Och, nee. Kommt jetzt aber auch los. Ja, alles gut. Ich denke, meine Zucker kriege ich die Mule mit, oder? Gouda fehlt komplett. Mein Gott, so ein Schwanz lang. Oh, Mann, ey. Zucker und Gouda. Ich schaue mal, ja, genau, Zucker und Gouda. Warte kurz, ich muss mal was checken. Lachs fehlt noch. Mir fehlt ganz viel Lachs. Warum sagt er mir, dass alles da ist? Was ist das für ein Schwanz? Mir fehlen 150 Lachs. Mir fehlen... Äh, warte... Es fehlen... 74... Nee, 76 Forelle. Nee, Quatsch, Forelle ist alles da. Ah, nee, hier, da ist Lachs auch. Lachs ist auch da, gut. Okay, ich muss los. Okay, hau rein. Ja, Zucker und Gouda fehlt. Ich rufe da eben dann. Mhm. Hallo, das Pearls hier, der TJ. Uns fehlen ein paar Sachen. Ja, Zucker und Gouda komplett, die wir bestellt haben. Zucker, 160 fehlen. Mhm. Kochschinken fehlt auch noch komplett. Ja, genau. Den haben wir auch noch vergessen. Äh... Ach, das liegt noch alles da. Ja gut, weil es wurde eben gesagt, das wäre alles gewesen. Deswegen kommen wir nochmal hoch. Alles... Alles gut, kein Problem. Passiert mal. Habt ihr zufällig noch Brokkoli da? Nicht vorrätig. Okay, dann, äh... Ja, dann könnt ihr mir bitte 15 gerade nachbestellen. Nur 15 Brokkoli, ja genau. Wenn ich die mitnehmen kann, darf, könnt ihr die mit auf die... Okay. Alles klar, ich komme dann mit der Mule nochmal hoch. Bis gleich. Alles gut? Ja, ja, soll ich fahren? Ja, wenn du willst, kannst du gerne fahren, ja. Ja, klar, weil du wolltest ja kochen. Dann kann ich hochfahren. Ja, ist ja nichts... Ist gerade nichts da zum Kochen. Ach, scheiße, stimmt auch wieder. Obwohl Lachs kann ich noch ein bisschen mal Lachs hatte. Alles klar. Dann fahre ich hoch. Ja. Ja? Puchs? Komm in der Mule hoch? Ja, ich fahre gerade nach Grape Seed. Ich fahre gerade nach den Rest abholen. Da hat noch ein massig Teil gefehlt. Mh, mh. Meinst du, da muss ich noch 100 Sinnen kommen oder reicht die 200 Kilo? Äh, wovon? Der muss in deiner Mule. Äh, ich denke schon. Es fehlt Zucker. Es war noch Forelle. Äh, Kochschinken. Ich denke, das sollte ausreichen. ich hoffe es zumindest, ansonsten habe ich noch eine Tasche dabei. Ansonsten rufe ich dich gleich an, ich bin gleich oben. Ja, oder du bleibst so lange da, dann kann ich auch gleich gucken. Ich bin gerade bei den Silos. Es fährt sich echt ganz anders als so ein Izzy. Ja, ein halbes Schlachtschiff hier. So, jetzt kommt endlich die Abzweigung. Oh, zehn Kilometer schon vorher abbremsen. Ja, ja, zehn Kilometer vorher abbremsen. Sonst kommst du nicht um die Kurve mit dem Ding, dann fällst du noch um. Ich muss tatsächlich sagen, eine Mole ist echt noch einiges bändiger als anderes. Ja, es geht tatsächlich. Wenn ich mir so denke, dann loszufahren. Hm, der ist aber auch länger, wenn du so betrachtest. Mole ist kürzer. Mole ist um einiges kürzer. Oh, das muss ich hier wenden, verdammt. Sollte ich hinkriegen. Achtung, Auto ist schweres Auto kommt. Okay. Okay. Binder! So, mal gerade gucken, wer hier für mich zuständig ist. Einfach rein und da sollte jemand am Laptop stehen. Ja, oder halt auch nicht, ne? So, erstmal hier die Türen auf. So. So. Das ist natürlich, dass wir sowas bestellen, weil die Sachen können wir hier nicht anbauen, die importieren wir auch nicht. Ja, nee, das war jetzt auch nur kurzfristig, deswegen alles. Ähm, Perls ist alles vorne am Außenlager. Am Außenlager? Oh, alles klar. Perfekt, danke. Okay. Ah, ich muss noch mal die Klappen zumachen. Äh. Ansonsten sehe ich nichts. So. Moment, ich kann es dir gleich sagen. Hör auf zu piepen, du blöder Anschnallmechanismus. Ja, genau. So, ich glaube, das reicht so. Hopp! So. Mal gerade die Klappen wieder aufmachen und dann hoffe ich mal, dass alles reinpasst. So. So. Hi! Hi! Ich bin von Perls. Äh, wir haben noch ein bisschen Ware, die wir noch von euch bekommen. Ok. Ok. Äh. Sekunde, ich schucke. Na klar. Ok. Ok, er guckt. Na taktadadadadadaaah. Öffnetadadadadaa. Hoffentlich hat es 200kg sind. Abwarten und Eisten Pfirsich trinken. Habe ich gerade nicht da. Aber jetzt kriege ich gerade Durst drauf. Aber ich habe... Nee, ich habe nur O-Saft. Selbst gepresst. Ist aber auch lecker. Wollte ich gerade sagen, ist aber safe lecker. Von handgepflückten Orangen, hallo? Das muss lecker sein. Angepflückt. Natürlich, ich wohne in Paleto. Da steckt noch Liebe und Arbeit drin. Natürlich. Wie viele Kilo sind das noch ungefähr? Oder müsste ich vielleicht noch einen Kollegen holen? Warte, habe ich noch gar nicht... Ich mache mir mal einen Kopf drüber, ja? Na klar. Okay, ein Viertel ist schon voll mit Gouda. Hm, Käse. Ja. So viel Käse. Bist du der Meinung, dass es jemals zu viel Käse über etwas geben würde? Hm, nein. Es gibt nie genug Käse über einem Auflauf. Nee, es sollte reingehen. Okay. Käse. Ja, jetzt sind schon mal die, schon mal Kochschinken drin. Und etwas Zucker, aber noch nicht alles. Okay, ich habe jetzt noch, äh, jetzt muss ich grob überschlagen, 66 Kilo frei. Aber er meinte, es sollte passen. Das klingt schon mal vorteilhaft. Hm. Ich hoffe nur, dass die Waage nicht kaputt ist. Ansonsten habe ich ein Problem. So. Voll. Ich vertraue nie der Fahrzeugwaage. Also fertig. Super. Alles drin. Dankeschön. Perfekt. Ich danke zu danken. Danke. Schönen Tag dann noch. Wünsche ich auch. Ciao, ciao. Ciao. Ne, ist alles drinne, Fuchs. Alles gut. Sehr schön. Wunderbar. Musst nicht nochmal hochkommen. Cool, cool. Dankeschön. Nein, Ding. Dann helfe ich dir gleich ausräumen. Bis gleich. Juhu. Bis gleich. Mach vorsichtig. Ja. Tollu. Woosie. 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 Ja bitte? Kannst du mir gleich gefallen, bitte? Na, was denn? Kannst du schnell zum Baumarkt fahren und mir was mitbringen? Was denn? Äh, fünf Packungen Zucchinisamen. Fünf Packungen Zucchinisamen, kann ich hinkriegen, klar. Vielen, vielen Dank. No problem, ich war ja eh dran vorbei. Ja. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Da bin ich. Au, au, au. Au, meine Nase. Au, au. Au, ja, meine Nase habe ich voll gegen die Tür gekriegt. Au, au, au. Zeig mal, Herr Blut ist so. Au, au, au. Gebrochen ist aber nicht. Lach nicht. Danke. Sorry, aber er sagt vorsichtig. Ich geh da gerade rum, da muss man doch aufpassen. Mann, no. Ist doch nicht so gemein zu mir. Ich bring extra noch Zucchinisamen mit. Lach da nicht aus hier. Kannst du mir die mal eben zustecken? Ja, klar, warte. Da. Dankeschön. Bitte. Was kriegst du für? 25. Ich sag nur eins, David. Karma. Ich sag nur eins, Karma. Sonst nimmst du dir gleich ein paar Eiswürfel und fühlst sie noch ein bisschen. Ja, nee. Ah, nur die Nasenspitze. Aua. Hat aber ordentlich geknallt, ne? Ja. Aber gebrochen ist nichts. Aber von Glück reden. Ja. Wolltet ihr nicht das Gesicht ruinieren? Ne. Hast du es versichert? Ne. Wieso nicht? Nachher bin ich Michael Jackson. Nachher. Hihi. Ah, sorry. Nice. Okay. Ja. Sogar... Altgäse hier. Das Lager ist voll. What? Full? Ja, ja. Also so richtig full full, oder? Ja, ja, könnte noch. Ein bisschen passt noch. Ja, könnte noch. Ich mach mal ein bisschen leer. Ja, so ein bisschen. Okay. Also so 50 Kilo passen noch rein. Aber dann ist Schluss, glaube ich. Wir kochen in der Zeit. Dann stehe ich oben und fülle einfach nach, wenn jemand braucht. Mhm. Ist das ein Deal? Ich denke schon. Das ist toll. Wollte ja TJ fragen, ob er mir vielleicht nachher die Mole kurz ausleiht. Für was denn? Vielleicht ziehe ich heute um. Du weißt, dass sie kein Kennzeichen hat, ne? Ja. Ah, guck mal. Warte mal. Lass dich doch nicht so viel tragen. Das sind 20 Gouda. Ist nicht schwer. Lass dich doch nicht so viel tragen. Vorsicht, Türe. Ja, ich geh schon weg. Sicher? Nein. Ah! Ich hab den Luftzug gespürt. Ich hab ihn gespürt. Ich hab ihn gespürt. Ich hab ihn immer dabei. Ich musste nochmal extra drum hier zur Tatanke. Da musste ich noch umdrehen. Oha! Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ich hab noch Käse. Ja, ich auch. Käse Express. Ist unten noch was? Nein! Sollte der Pizzo besuchen, ne? Alles. Alles. Alle. Käse. Das ist noch Käse? Das ist doch Käse. Das ist echt. Ja, dann wünsch ich euch schon mal viel Spaß beim Kochen. Ja. Ein bisschen. Du wolltest... Ey, du bist schon so lange im Dienst, ne? Ich weiß leider. Wollte ich schon längst... Feierabend machen. Du bist immer noch hier. Sollen wir deine Nase richten? Nein! Meinst du, da ist noch was zu richten? Nein, Moment, gleich ist jemand rein. Hallo! Hi, ich hab noch was für euch. Der Kollege hat euch vergessen, 29 Packungen Zucker noch mitzugeben. Vom Bahnhof gerade. Echt? Oh Mann! Ja, und ich war auf den Weg nach unten. Dann dachte ich mir, dann nehm ich schnell mit. Ach du Scheiße! Nochmal! Oh, okay! Ja gut, äh, ich komm rum. Ja. Packen sie es am besten hier in die Tasche rein. Äh, ja. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch für uns in den Kühlschrank passt. Schon mal. So, ist auf jeden Fall drin. Okay. Okay. Alles klar. Ach Gott. Meine Güte. Dann noch mal so viel. Ja. Und Leute müssen viel essen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Ne, okay, dann. Danke. Jo, kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, ciao. Achtung! Ich komm nochmal mit... Der Dicken Nase? Ne, mit 29 Zucker. Ja. Wie nie. Die hatten sie ja auch noch vergessen, uns mit vorgehen. So gar. So gar nie erbläert. Boah. Woher die Kraft? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hm. Kochst du gleich was? Ja, ich mach jetzt erstmal Binzlimonaden. Das ist gut, das ist gut. Ja. Immer schön nach Ablauf gehen, ne? Ja. Aufbrauchen. So, dann viel Spaß euch noch. Dankeschön. Jo, du machst jetzt Feierabend. Jupp. Ja. Ich komm jetzt mal Minzlimonadi. Ich werde jetzt den alten... Ja. 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 Ach der Küchrank ist einfach übervoll. Ja. Dem sagst du das? Äh... Pack dir mal alten Fisch und sowas mal mit hoch. Alten Fisch. Ja wir haben noch alten Fisch, den man brauchen muss. Achso. eine zitrone brauche ich schon mehr so sonst noch was was schlecht wird ich glaube nicht kann ich dir was helfen kannst du kochen ja wir haben ja nur vier von pferdplatten ich lasse ich lasse ich lasse ich lasse dich mal machen dann gehe ich nämlich hier zu rinies schnell anpflanzen oder das du rini eine schwule gurke nur weil die eine blume trägt keine ahnung das ist mir gerade nur so eingefallen ich bin gleich wieder da he ist gut grüßel Ach, die Sahne habe ich vergessen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein, mache ich nicht. Lass mir auch noch bitte was ein bisschen zum Kochen da, ja? Na klar. Dass du alles verballerst. Nee. Ich gucke, ich habe gerade nur gesehen, es ist sehr wenig Fischragoo, da mache ich gerade ein bisschen was nach. Ja, okay. Ja, okay. Äh, Satz. Ja, okay. 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 Hallo? Hallo? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, lies dir mal das Schild hier durch. Moment. Kannst du ruhig hinterkommen? Ja, gut. An sowas ähnliches hast du auch gedacht, ne? Ja, genau. Alles klar. Warmer Apfelkuchen. Und was hast du gesehen? Sind wir in Gefahr? Ne, ich hab gedacht, dass ich bin. Ja, ich hab grad bei Dennis dich... Das hättest du nicht... Aber das war nur... Das war nur... Ja? Die ist ja ziemlich cool, cool, kleine Küche mit Ausblick nach draußen, so einen kleinen Wohnbereich, ne? Mhm. Und du hast hinten, äh, so einen Gemeinschaftsbrühe riesengroßen. Ja, ja, sag ich doch. Aber Dennis, die Eid ist grad voll überlaufen, ne? Ja, aber die kann ich ja so mieten, die ist ja privat. Muss ich ja hier nicht über den Makler machen. Ja, muss halt nur hoffen, dass die nicht alle weggemietet werden. Da sind noch... Ah, sch... Fünf oder sechs waren noch frei. Okay, fuck. Dann muss ich echt mich beeilen. Vier, vier sind... Vier waren schon gemietet, wie es aussieht. Und, äh, da steht ein Haufen von Leuten. Ach du Scheiße, wirklich? Aber ich weiß halt nicht, ob die für diese Wohnung da sind oder für was anderes. Oh, okay. Oh, okay, was dann? Dann drück ich dir mal die Daumen, dass du die noch kriegst. Ja, ich auch. Scheiße. Bin nämlich hier grad noch ein bisschen am Kochen. Ansonsten muss ich mal fragen, ob ich die Mole mehr ausleihen kann. Dann kann ich das oben kündigen. Ja, man muss halt mal gucken. Aber wie gesagt, wir noch waren da... Die 4100 Dollar waren noch, glaub ich, fünf oder sechs waren noch frei. Ja, genau, das sind die. Das andere, das ist schon wieder ein anderes Gebäude. Genau. Und 4 oder 5 waren schon vermietet. Mist. Ja, nee, dann muss ich wahrscheinlich doch... So schnell wird man mich hier nicht los. Verdammt. Ja, scheiße. Ja, muss ich mal gucken. Ja. Muss ich wirklich. Ich schaue dir die Daumen. Ja, danke. Kusen. Tschüss. DJ, ich habe ein Problem. Warum? Ich habe mir eine Wohnung ausgesucht. Die ist in der Alters... Altersstreet. Ähm... Davon sind aber nur noch... 4 oder 5 verfügbar, meint David. Mhm. Äh... Meinst du, ich könnte mir die Mole leihen, meine Sachen aus dem Haus holen, das kündigen und, äh... Ja, damit ich die erstmal unterbringen kann, bis ich das Geld habe? Äh... Ja, kannst du machen. Danke. Problem. Ich vereine mich auch. Ja. Ne? Ganz schnell, ne? Ja, ja. Ich vereine mich. Ich lagere die erstmal irgendwie unter die Möbel oder so. Ja, okay. Okay. Ich brauche... Geschätzte... 12.000. Jetzt muss ich mit Geld spielen und hoffen, dass die Nachzahlung bald kommt, weil dann mal wie ich es geschafft habe. Ja? Äh... Kate. Ja? Andere ist an... Andere ist an zu planen, um... Wie denn? Was denn? Es ist leider zu spät. Wie? Es ist mittlerweile 17.30 Uhr fast und ich brauche die Möbel jetzt gleich, um die zu beladen und zu dem... Zu dem Messer zu fahren. Ach ja, ich hab's gelesen. Deswegen. Ähm... Ich geb dir den Schlüssel für ein anderes Auto. Okay. Und da kriegst du auch einige Sachen rein. Ich bin gerade noch auf der Brücke, ich komm runter, ich wende gerade. Okay, alles gut. Okay, danke. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ähm... Wo hab ich denn den Schlüssel für den Landstalker hier? Den brauche ich auch wieder, ja? Natürlich, den kriegst du wieder. Danke dir. Ich hab den. Let's go. Okay, danke. Ich hoffe, da passt auch was rein. Wenn ich die Rückbank zurückklappe... Sollte... Sollte was funktionieren, hoffe ich. Mein Gott. Ich bin jetzt... Ich bin dann nah... Ungetuldiger. Sollte... 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 Ich hoffe, ich bekomme einiges rein in das Auto. Die großen Sachen müssen auf jeden Fall ins Auto. Die kleinen Sachen kriege ich auch in meine Taschen. Die kleinen Sachen mehr wissen, die die informativen Sachen. Die Sachen müssen auf jeden Fall kommen. Das ist ein Schاعresort. Sie müssen nun einmal auszuprobieren. Es gibt auch die solche Sachen, die diesen Schuhe sind im Land. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und wenn ich die Wohnung habe, dann kann ich mit dem Isl peu à peu die ganzen Sachen rüberbringen. Das ist dann nicht mehr das Problem. Aber ich muss erstmal das alles raus. Ach, wenn das Geld nur von gestern, also wenn ich das nur den Lohn von gestern schon hätte, dann wäre das Ganze überhaupt gar kein Problem. So. Okay. Ich muss jetzt mal alles ausräumen. Okay, ähm. Jetzt mal die ganzen Bücher. Jetzt mal die Bücher. Jetzt mal die Bücher. Bin ich komplett umsonst gefahren? Bin ich komplett umsonst gefahren? Ich mitte mir das hier an, ist mir jetzt egal. Ich mache das hier an, ich mache das hier an. Mann! Scheiße! Ach, ich wollte tanken. Warum stehe ich denn sonst hier? Mann! Ähm, TJ, was tankt der Landstalker? Äh, ich frag mal eben einen ganz kurzen Moment. Ja, und... Warum muss es Benzin sein eigentlich? Ich weiß es nicht genau, ich frag mal eben. Weil, äh, hier ist nämlich auch noch 375 Bündel Minze drin. Der ist komplett voll mit Minze. Ja, dann bring den mal wieder. Ja, ich wollte nämlich erstmal voll tanken, weil es ist nämlich fast leer. Ja, okay, ich... Ich würde fast sagen, er tankt Benzin, aber ich frag mal eben ganz kurz. Ja, na klar. Ach, scheiße, ich will jetzt nichts Falsches tanken. Shit! 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 Ich versuche Wahoo! mungkin nicht viele Böder Que 然後 Vorsorgen, würde ich Theory? Ich höre mieres! Ja, bitte lieber eine Ahnung! Ich muss ja auch noch meine Klamotten irgendwie wegkriegen. Weil die kann ich in der Tasche, wenn dann notfalls reinstopfen. Es ist alles so ein bisschen durcheinander gerade. Wenn ich jetzt die Mule hätte, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher gewesen. Ja? Probier einfach Benzin, wenn nicht LSC. Ja, ist okay, ich versuch's. Ja, ist ein Firmenfahrzeug. Also okay, ich versuch's einfach mal. Alles klar. Okay, bis dann. Ciao. Ich hoffe, das passt. Oh, du tankst ganz schön viel. Meine Ohrgüte. Nein! Scheiße! Toll! Das war doch Diesel. Jetzt sitze ich hier fest. Hallo, hier ist Caitlin McLean. Ich stehe hier gerade an der Tankstelle in Palito Bay. Okay, ich habe gerade das Auto meines Chefs fälschlich betankt. Falsch betankt? Okay, einmal nicht besser. Ja, Moment. LSC. Hier. Alles gleich schickt jemand. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Ciao. Na toll, jetzt haben wir gelernt, der tankt doch. Es war doch Diesel. Ich hab dein Auto kaputtgemacht, DJ. Alter. Das kann jetzt grad nicht wahr sein. Das kann grad echt nicht wahr sein. Scheiße. Das kann grad nicht wahr sein. Oh, Mann. Oh, Mann. Das kann grad nicht wahr sein. Warum hat denn auch der Stutzen gepasst? Das ist doch scheiße. Der Stutzen hat gepasst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das war's. Das war's. Na, wann kommt er denn? Hallo? Hallo? Hi. Hallo? 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 Äh, äh, hallo. Entschuldigung, ich fahr ganz in Gedanken gerade. Was ist hier los? Ja, das Auto da vorne. Ja. Ich hab's falsch betankt. Na, toll. Ja, ich warte schon auf den LSC. Ohne Scheiße. Es ist nicht mein Wagen, es ist der von meinem Chef und ich hab ihn noch angerufen und gefragt, was er tankt und er sagt, ja, Benzin und dann war's doch das Falsche. Ja. Ja. Da bleib ich auch. Ehrlich? Ja, aber nur als Springeran, du Fahrer. Ach so. Ach man, Scheiße. Ach. Und mein TS ist abgeschmiert. Ein Moment, bin gleich wieder da. Connected. Das war's. Niemals verabschiedet, toll. Ach, Mist. Ich setz mich auf die Bank. 100 Dollar jetzt für nichts ausgegeben. Das war's. Ich setz mich auf die Bank. Ich versuch's nochmal. Äh, wie kann ich dir helfen? Äh, hallo, hier ist nochmal Caitlin McLean. Ähm, hallo. Hallo? Ja, ich kann nicht dir helfen. Ja, ja. Ähm, ich hatte vorhin schon mal angerufen. Ich sitze hier in Palito fest, weil ich das Auto meines Chefs falsch betankt habe. Ich hatte auch schon einen Dispatch geschickt. Au, haben wir jemanden vorbei? Nein. Ich hab eigentlich jemanden losgeschickt, okay. Also, ich sitze hier noch. Ich schicke einen los. Okay, danke. Können Sie nochmal Dispatch senden? Aber klar, ein Moment. Kann ich losfahren? Der Dispatch, wo jetzt reinkommt? So. Kannst du 413 anfahren? Bro, rede mit mir. Ja. Oh mein Gott. Ja, der Kollege will nicht mit mir reden. Oh nein. Äh, warte. Mau, 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 mau. Kannst du 413 anfahren, ganz schnell? Ha? Umräumen deinen Fersen. 413, okay? Die Dame wartet leider schon ein bisschen lang. Alles klar, danke dir. Okay, ich hoffe, jetzt kommt wirklich jemand. Okay, alles klar, danke schön. Ich sitze hier auf der Bank. Alles okay. Okay, ciao. 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 Ciao, Cousin. Wie geht's? Habub. Komm, ein bisschen Kuss links kurz. Hallo, Freund. Ja, Eri, ja. Digga, zieh deine Maske, wenn du mit mir redest. Hey, Cousin. Hey. Digga, lass uns noch ein bisschen umarmen, ne? Ja. So ein süßer bist du. So ein süßer. Hey, hm. Ich kriegst nen Kuss. Hast gesehen, Bruder? Ich hab Locki geküsst. Geil. 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 Pass. Digga, ja. Geil. Ist das normal, dass die mit nem Schnuffeltuch hier rumlaufen? Oh, na Gott sei Dank, da kommt er ja schon. Hallo. Guten Abend. Kann ich dir helfen? Ja, das ist das Auto von meinem Chef. Er hat es mir ausgeliehen und ich wollte es betanken und ich wusste nicht, was der tankt für ein Kraftstoff. Und hast du gedacht, du nimmst das Bellis, oder? Nein, ich habe ihn noch extra angerufen, gefragt, ja, was tankt der denn jetzt? Benzin oder Diesel? Er sagte, ja, Benzin! Ja, nee, ist falsch. Es ist der Tank Diesel. Das wissen wir jetzt wohl beide. Er wusste jetzt nicht. Ja gut, das, äh, ja. Scheiße. Ja, wenn ich gucke mal, vielleicht kriege ich den hier ausgefunden. Ich bin da aber nicht sicher. Okay. Du hast aber, äh... Ich habe nicht den Motor gestartet. Okay, das ist schon mal gut. Weil das wäre nämlich blöd. Ja, ja, dann wäre das ja schon das Ganze drin. Genau, warte mal, ich hole mal eben einen Pumpe und gucke mal, ob ich den Tankler kriege. Ja, danke. Das war schon mal gut, dass du den Motor nicht gestartet hast, wenn du gemerkt hast, das ist falsch getankt. Das, äh, machen wir nicht so gut. Ja, ja. Die fahren jetzt mal noch ein paar, ein paar hundert Meter und dann, äh, fängt doch immer alles an zu rauchen und dann wundern sie sich. Mhm. Ja, lass mal die Pumpe mal arbeiten, würde ich sagen. Ja. Mordet halt ein bisschen, ne? Mhm. Mhm, ich wollte eigentlich von hier, von hier ausziehen, Ospalito. Das, das Problem ist nur, der Kofferraum ist noch voller Minze. Stehst du auf Minze? Nein, wir brauchen die für das Pearls. Achso, und du arbeitest bei Pearls, okay. Ja, richtig. Mein Chef halt auch. Also, TJ halt. Die macht Sinn, wenn du aus deinem schlechten Auto bist. Ja, das ist ja komisch, ist aber so. Mhm. Ja, das, der hat mir den halt ausgeliehen, damit ich halt mit einem größeren Wagen meine Möbel, ähm, erst mal unterbringen kann, bis ich mir eine neue Wohnung geholt habe. Mhm, da ist auch ein bisschen Platz zu produzieren, auf jeden Fall. Ja, ja. Die, was du gesagt hast, kommt rein, ne? Ja. Also nicht Benzin, nicht Bein, jetzt weiß ich's selbst. Das ist, weil es beide. Ja. Oh, 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 sorry. Alles wird gut. Ja, ich weiß. Ist nur blöd und peinlich ein bisschen. Ja, nur ein bisschen, du bist nicht die Erste. Habt dir keine Sorgen. Okay. Kannst du mir einmal das Nummernschild durchgeben? Ja, Moment. Ähm. Ähm, also SA, dann 9, 9, 7, 5, 1, 8. Hast du noch einen Namen zu dem Auto, also der Besitzer am besten? Äh, ja, TaiJet. Ähm. Kannst du das Buch shoppieren? Äh, TY und dann JETT. Okay. So, wenn wir einmal die Anfahrt, das Auspumpen, dann sind wir bei... Da hätte ich auch fast abschlippen können. Ja, 200 Dollar macht das. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich. Okay. So viel hab ich grad nicht mehr dabei. Ja, abschlippen wäre 20 Dollar höher gewesen. Ach, Gott sei Dank. Ihr, bitteschön. Ja, äh, Diesel ist drin. Ja. Äh, soll ja sonne voll sein. Äh, sitz ich mal rein und guck, ob ich da passt. Ich guck mal. Du machst es nochmal an und dann guck mal, ob das Ding anfängt zu rauchen. Warte, ich lass den Raum aber auf. Aber ich glaub, du hast ein bisschen Gas. Ja, warte. Um mir über den Fuß zu fahren, bitte. Ja, ja, ich hab die Hand. Ich drück aufs Brennze und Gas. Ja, guck, guck, guck. Sieht aber auf jeden Fall gut aus. Ja, nee, sollte passen eigentlich soweit. Oh, danke. Du warst mein Retter. Tja, dafür sind wir da, ne? Gut. Dann darfst du weiter und ja, jetzt ist alles in die Akten. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Und am besten, weiß ich nicht, für den nächsten nur so einen Zettel im Tanschefach. Was hat heimt? Ja, richtig. Das ist nie verkehrt, genau. DJ weiß jetzt Bescheid. Perfekt. Ja, dann wird schon eine gute Fahrt. Viel Spaß mit der Minze und beim Umziehen. Danke. Ja, und dann auch schönen Abend. Gleichfalls, danke. Gott sei Dank. Ich fahre sie in die Mülltonne. Ah, Kate. Hi. Hallo. Hallo. Äh. Hallo, alles in Ordnung? Ja, ich hatte gerade Probleme. Okay. Kannst mir ein großes Menü für den Herrn zusammenpacken? Ja, kann ich machen. Ja. Dann brauche ich deine Hilfe. Ja. Du bekommst meine Hilfe. Ein großes Menü. Ah, das ist das mit der Kochschule, ne? Das habe ich gelesen bei Wieselnus. Ja, an der Kochschule, genau. Cool. Also am Montag alt man wäre. Oh, danke schön. Bitte schön. Also die Rechte geht auf mich. Caesar Salads. Danke, danke, danke. Und noch Minzenlimonade. Bitte schön. Vielen Dank. Perfekt. Gerne. Geht das gleich mit dem Herrn weiter, aber geht das vor ihm oder sollen wir auf Zeitung ein? Ähm, nein. Ich habe einfach heute beschlossen umzuziehen und TJ hat mir den Landstalker zur Verfügung gestellt. Allerdings ist da ganz viel Minze drinne. Okay. Ich brauche, und ich habe gerade in meinem Rucksack meine ganzen Bücher drinne. Ich brauche Hilfe beim Schleppen. Ach Gott, okay. Ja gut, dann komm. Weißt du, die Aufgaben hier, die ich nie mache. Genau das. Da hat man schon ein anderes Aufgabenfeld. Ja, extra, so dass ich mir die Nägel nicht abbreche und dann das. Ja, aber es ist ja nur Minze. Es ist wirklich nur Minze im Kofferraum. Ja, ich frage die Minze. Danke. Ja, dann setzt du dich doch hin und ist ruhig. Ich würde sonst eben unten warten. Ja gut. Alles klar. Es ist, und ich war gerade oben in Paleto. Und... Ist das Palito oder was? Nein, ich ziehe da, ich muss da doch raus. Ich wohne doch da. Das ist ein kleiner Eigentor mit Palito. Achso, du wohnst noch in Palito. Ja, genau. Und ich... Bist du da hier hingezogen? Bist du irre? Howdy, howdy. Hallo. Hallo. Hey, gentlemen, und, 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 Mams, ich hätte da mal eine Frage. Ja, bitte. Ja, klar. Was können Sie für Sie tun? Da oben steht, da steht Seafood-Restaurant. Kann man da was essen? Natürlich. Wir sind ein Seafood-Restaurant. Ja, genau. Achso, gehört das euch? Ja. Also, ich bin stellvertretend von dort. Und die Dame arbeitet für uns. Achso, super. Ich hab so dollen Hunger, weil ich weiß nicht, wo ich da hin muss. Sie müssen einfach die Treppe hoch. Warten Sie doch oben, wir müssen kurz was aus dem Auto holen. Genau. Wir sind zwei Minuten gerade oben. Okay, perfekt. Bis gleich. Bis gleich. Also, was ist denn hier los? Das ist ja ein Bienenstock mal wieder. Ja, pass auf. Also, T.J. hat mir ja den Wagen geliehen. Ja. Und, ähm, die Tankfüllung war schon fast leer. Also, hab ich gedacht, tankste ihn voll. Ich wusste jetzt nur nicht, was für ein Kraftstoff der tankt. Hm. Hab ich T.J. angerufen und gefragt, der was tankte. Und er meinte so, ja, das könnte, äh, Benzin sein. Ja, Fehlanzeige. Das Ding tankt einfach mal Diesel. Und jetzt durfte ich. Das Ding tankt Diesel. Und jetzt durfte ich quasi. Äh, den Rest. Kannst du den Rest nehmen? Ich hab gerade schon den, ich hab schon meine ganzen Taschen voll. Oder warte mal, ich packe jetzt einfach mal meine. Ja, du kannst doch jetzt ins Auto packen. Ja, warte, bin ich halt halt dabei. Ich packe meine ganzen Bücher rein. So, und. Und das sind jetzt nur noch. Es fehlt immer noch ein bisschen. Äh, was fehlt denn jetzt? Nee, doch, da ist doch alles raus. Guck doch rein. Oh, das sind jetzt meine Bücher. Okay. Ja. Meine Güte, wie schön meine Bücher sind. Äh, der Herr, kommen Sie bitte mit. Hier ist das Büro. Ach so, Mensch, Entschuldigung. Alles gut. Bin ich falsch gelaufen. Kommen Sie mit. Ja, super. Ich hab mich ein bisschen verirrt hier drin. Alles gut. Hier sieht's nach Restaurant aus. Also hier sieht's auf jeden Fall schon mal nach Restaurant aus. Richtig. Super. Perfekt. Wo ist die Messe? Ich fahr da gleich mit dem Taxi hin. Äh, beim Richmond. Bei der Richmond Villa oder so. Keine Ahnung. Ja, gut, ich komme. Perfekt. Okay, Richmond Villa. Ja. Keine Ahnung, aber... So, der Herr. Ja, stimmt. Ja, ma'am. Gut. Ähm. Bis später. Bis später. Bis später. Haben Sie sich schon mal unsere Speisekarte angeschaut? Hm, negativ. Okay, also dann erkläre ich Ihnen kurz, was wir so alles Schönes hier haben. Wir haben unterschiedliche Fischgerichte und auch Menüs. Oh, Fisch? Fisch? Ja. Oh, das stimmt. Das ist ein Seafood-Restaurant. Genau. Das stimmt. Ähm, wir haben zum einen, haben wir ein Small-Menü. Das, da ist ein Fisch-Ragout, ein Lachs-Tatar und Minz-Limonade. Lachs-Tatar? Ja, das ist, äh, quasi roher Fisch. Ähm, mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und Petersilie gewürzt. Also, Hop-Sah-Sah-Rach-Tatar. Genau. Ja, super, das nehme ich. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal fest. Okay, ähm, davon haben wir quasi noch einmal in groß, das Menü. Da sind dann zweimal von den, ähm, Gerichten dabei. Ja. Und Fisch-Ragout auch. Also, das gehört zusammen. Okay, okay. Ähm, weil Lachs-Tatar ist eher so eine, ich sag mal, ähm, Nebenspeise. Das macht, es ist nur so eine Kleinigkeit, so. Fisch-Ragout macht halt viel, ist viel sättigender. Ich Ragu, französisch, ma'am. Ähm, ich glaube, ja. Auch das, kann das, kann das vielleicht möglich sein, dass das eine Ratte kocht? Nein. Nein, wir haben hier keinen. Und dann reicht das doch mal. Äh, das ist Ratatouille. Ach so, Ratatouille, richtig. Ja. Da war ja was. Genau. Ja, stimmt, 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 stimmt. Okay. Und. Okay. Das nehmen Sie? In groß, in groß. In groß. Okay. Möchten Sie dann noch einen, ähm, Caesar-Salad dazu? Ja. Aus dem Salat? Ja. Möchtest du da alles drin im Salat? Ähm, der besteht aus einem Kopfsalat, dann sind da Bohnen drinne, ähm, und dann mit einer, mit einem Joghurt, ähm, Dressing, gewürzt mit, jetzt wusste ich gerade, mit Petersilie noch drin und, äh, Salz und Pfeffer. Also alles. Petersilie? Ja. Ach so, hm. Weil Auge ist halt auch immer ein bisschen mit hier bei uns. Ja, ja, das ist das, ja, ich hoffe, man ist das Auge nicht, aber. Nee, nee, das nicht. Ich weiß schon, was Sie meinen. Mhm. Ähm, ähm, ja, pack ich Sie mit drauf. Okay. Hauptsache, ob es da Ratatouille drin ist. In Ordnung, ich mache Ihnen das fertig. Super. Alles klar, bis gleich. Ich, gehe ich gleich. So, okay. Das. 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 Und das. So. Da wäre schon erstmal alles fertig. Das wäre das Fisch-Ragout. Ach so, super. Ja, super. Das ist das, äh, Lachs-Tatar. Obst du, das ist ja gerade da. Super. Genau. Das wäre dann der Caesar-Salad. Ich hab' den Caesar selber. Mhm. Du kannst, ich, nein, ich glaube, der wird, der wurde danach benannt. Und das so. Der große Caesar. Ich glaube, der wurde nur nach ihm benannt. Ich bin mir gerade selbst nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss nach Griechenland oder so. Oder wo ist der her? Äh, Italien, glaube ich. Ach so, Italien? Ja. Ich hab' gedacht, der ist aus Griechenland. Nee. Ich glaube, da kommt, äh, oder sollst du her, glaube ich. Hat der nicht nur, hat der nicht so, nur so ein kleines Blatt vor deinem, äh, ich weiß nicht so was hängen? Äh, 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 äh. Oder bin ich da falsch? Ich glaub, das... Oder war das, ich glaub, das war Eva. Ja, ich glaub auch, Adam und Eva irgendwie sowas war das. Ja, Adam heißt das, glaube ich. Adam und Eve. Ja. Ja. Okay. Na gut, ja. So, äh, was kriegen Sie denn von mir? Möchten Sie das in bar oder mit Karte zahlen? Oh, Mensch, äh, Lady, ich bin, ich bin in Mathe, man checkt nicht so gut, am besten in Rechnung. Okay. Ich mach' Ihnen dann einmal mit dem... Möchten Sie noch ein bisschen was oben drauf? Äh, darf ich nicht. Das geht dann sowieso nicht auf meinen, ähm, ähm, also das geht nicht direkt auf mein Konto, das geht auf das, äh, Konto des Unternehmens. Wissen Sie was, ich drück' Ihnen mal ein bisschen was in die Hand, was ich denn da noch... Ah, ja gut, dann bezahlen wir erst mal das hier. Genau. So. Dankeschön. Und dann gibt's trotzdem noch mal ein bisschen Trinkgeld von mir. Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ich weiß zwar nicht, wie viel das ist, aber das ist, ich glaub, das passt so. Das ist schon mehr als ausreichend. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Mem. Ich, ich werde mir es, äh, genießen lassen. Ja, natürlich. Und wünsche Ihnen dann noch einen wunderschönen Abend. Ja, ebenso. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Guten Abend. Hallo. Ich hätte gerne das Spezialmenü, bitte. Das Spezialmenü? Mhm. Ja. Möchten Sie noch Eiswürfel in der Minzlimonade? Nee, danke. In Ordnung. Ein kleiner Blick, bitte. Äh, da, 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 da. Den. Und das. Dann bekommen Sie von mir einmal die Nudelschinkenauflauf. Danke schön. Und die Minzlimonaden. Bitte schön. Möchten Sie das in bar oder mit Karte zahlen? Äh, mit Karte. Mhm. Dann mache ich gerade die Rechnung einmal fertig. Das wäre 90 Dollar. Hier einmal bitte die Karte drauflegen. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ihnen auch. Dankeschön. Ciao. Wiedersehen. So, aber jetzt gehe ich in den Feierabend, damit ich das mit dem Haus noch fertig kriege. Ach ja, meine Sachen sind ja im Auto. Ah. Hi, Azad. Hi. Fresh. Hallo. Na? Selber na. Alles fresh? Äh, ja. Ich, äh, wollte gerade, also ich bin gerade dabei, in den Feierabend zu gehen. Ich, äh, wollte gerade umziehen. Ja. Und, ja, ich glaube, es ist gerade keiner da. TJ und, TJ und, äh, Santana sind gerade bei dieser Messe. Ja. Und wo die anderen sind, keine Ahnung. David ist in den Feierabend, Vio ist bei diesem komischen Treffen und, ja. Ich zieh um. Ja, zieh um. Ich wollte mich eh nur ausstempeln. Ach so. Ja, ich, ich hab ja vorhin da hinten in der Bude von, äh, Ryan und so, äh, gegessen und dann hab ich mich aber noch nicht ausgestemmt gehabt. Ach so, ja. Und jetzt, äh, dachte ich mir, bevor ich jetzt von hier abhaue, äh, stempel ich mich eben kurz aus. Ja. Aber ja, ist dann halt so, ne? Ja, eben. Aber ist eigentlich gerade eine gute Idee, ich hole mir gerade noch was zu essen. Ich hab gerade echt Hunger. Ja, wieso nicht, ne? Ist die Küche dann noch voll? Äh, ja, ähm, Bauernhof kam. Ah, okay. Aber, ähm, ja, es ist seitdem kaum einer noch da, der kocht, der kochen kann. Ja. Aber ich brauch gerade was zu essen, weil ich war gerade echt lange Zeit oben in Paleto, weil, äh, der Landstalker, der, äh, der da steht, der gehört TJ, der hat er mir geliehen. Ja. Und ich hab den falsch getankt. Den Landstalker? Ja. Was kommt da rein? Wenn's, äh, den Diesel kommt da rein, nicht Benzin. Und das wusste selbst TJ nicht. Ja, das ist blöd. Ja. LSC hat, äh, ausgepumpt. Ich hatte Gott sei Dank den Wagen noch nicht gestartet, deswegen ging das noch glimpflich davon. Gott sei Dank. Ja, immerhin, ne? Ja, ich bin froh. Ja. Ne, alles gut, geht ein Feierabend. Ich mach die Limos ready für den, der jetzt nachher dann irgendwann übernimmt, aber... Ja, ist okay. Äh, ja. Mehr mach ich dann auch nicht. Alles klar. Perfekto. Wir sehen uns dann morgen oder so. Ja. Vielleicht komm ich auch nochmal oder so. Ja, aber ich glaube, er ist es noch nicht. Vielleicht bin ich nachher auch einfach nur K.O. Mal sehen. Ciao. Jo, ciao, ciao. Ciao. Da! Stempeln? Heute... Also ich glaub, dann für heute reicht es dann, wenn wir das Ganze hier hin und her gegurkt haben, dann war's das dann, glaub ich, auch. Bring dann noch den Wagen dann hierher und hole den Izzy. Vielleicht mit der letzten Fuhre und dann... Äh, ja. Äh, ja. Geht's dann zum neuen Haus. So, jetzt mal gerade gucken. Wie viel passt noch rein? Ja, gut. Dann kann ich jetzt auch nochmal nach oben fahren, weil jetzt ist nämlich ja der Kofferraum. Hat er Platz? Der Kofferraum hat jetzt ja Gott sei Dank wieder Platz. Und damit kann ich dann noch ein paar Sachen dann ins Auto reintun. Und dann noch ein paar in die Tasche und dann noch den Kühlschrank und die Klamotten. Also ich glaube, zweimal fahren muss ich, glaub ich, höchstwahrscheinlich. Aber ich fahre jetzt nochmal hoch nach Paleto, weil jetzt ist ja, ne, wie gesagt, alles frei vom Im-Kofferraum und hoffen wir, dass Catelyn noch jetzt auf die Schnelle da noch eine Wohnung bekommt. Weil jetzt mit der Nachzahlung des Gehalts, ähm, sollte es passen, denke ich. Ja doch. Wenn jetzt auch noch, äh, die Kaution zurückbekommen, das sind dann ja auch nochmal 5000 Dollar, dann, dann reicht es. Dann reicht es wirklich. Bei heute kommt dann ja auch noch das Gehalt dazu. Ich mein 4000 Dollar, das sind, das sind mehrere Überstunden, die jetzt, äh, gemacht wurden. Das ist ja noch, glaub ich, von Freitag ja auch dann noch. Ne? Weil so viel war Catelyn ja gestern gar nicht im Dienst. Dass sie, ich sag jetzt mal, äh, fast 3000 Dollar, ähm, na, oder 2,5, ähm, quasi zusammenbekommen hätte. Plus dann noch die Erstattung eben gerade. Ist natürlich Geld, was Catelyn gerade echt verdammt gut gebrauchen kann. Also, ich habe das, was ich defundere. So, dass sie jetzt über den Gerund, ähm, quasi 10,000 Dollar, ähm, quasi 10,000 Dollar, ähm, quasi 10,000 Dollar, ähm, quasi 10,000 Dollar, ähm, quasi 10,000 Dollar. So, ich habe das, was dazu. Und dann, ich habe das jetzt, was sie noch mal so geliefert. So, ich habe das, was Händen, die dann auch noch mal gemacht, wie ich hab. Ich habe das, was Sie so lange gemacht. Oh, ich habe jetzt, was ich, weil wir wissen. Also, ich habe das hier, was ich mit, also 해� qualcosa, dass ich erwähnen. Also, ich habe das, was ich jetzt nicht erwähnen, liebe ich jetzt ja, weil ich ja auch mal wiederum, wie ich allies habe, wie immer stolz. Oder wenn ich jetzt, ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt schon die Wohnung leer bekomme, ich bezweifle es. Es sind zwar jetzt noch knapp 50 Kilo frei, aber das Bett wiegt 15 Kilo, das Sofa ebenso, dann sind es 30. Der Tisch, die Pflanze, der Teppich, der Beistelltisch. Ja, zweimal fahren ist glaube ich angesagt. Aber beim zweiten Mal fahren, da will ich jetzt gerade zum Punkt kommen, kann ich ja schon quasi zu Deines De8 fahren, die Wohnung kündigen und die Neue anbieten. Ne? Rein logisch gesehen könnte man das so machen. Ich finde es halt nur ein bisschen blöd gemacht, dass man erst die Wohnung quasi komplett leer machen muss, um dann woanders dann einziehen zu können. Ist halt ein bisschen blöd. So, weil im normalen Leben mietest du ja auch eine Wohnung an, hast aber noch quasi für ein paar Tage die alte Wohnung. Wodurch du ja quasi in erster Zeit eine Doppelbelastung hast. Aber sofern du die ja gekündigt hast, ist das ja auch weg. Auf der anderen Seite aber, kann man so sehen, dass du ähm, nicht sofort die Kaution haben musst. Ne? Du kriegst ja quasi jetzt Geld zurück. Was du ja quasi schon wieder in die Kaution hineinbuttern kannst. Ne? Macht ja auch irgendwie ja auch schon wieder Sinn. Aber gut. Es wird schon, es wird schon. Minze ist jetzt zumindest raus. Alles, was jetzt im Auto ist, das ist alles Catelyns Sachen. Das sind alles Bücher, ey. Muss man sich mal an den Kopf fassen. Aber Catelyn ist halt eine Leseratte. Das sind alles Bücher, ey. Und jetzt hoffen wir mal, dass jetzt nichts noch weiter passiert. Und sie jetzt hier den Umzug endlich über die Bühne bringen kann. So. Also, was haben wir noch? Äh, der Beistelltisch. So, der geht weg. Da geht's schon wieder los. Okay, das Sideboard. Der Beistelltisch wiegt schon mal 6 Kilo. Ist ja mal wieder... wow. Ja, ja, ja. Okay, das wiegt 11. Passt noch. Der Fernsehschrank kommt auch noch mit. Ja. Ich muss mal umdenken hier. Kriege ich noch die grünen Lilien? Ne. Die ist natürlich extremst schwer. Hä? Was macht das für einen Sinn? Warum ist die grü... Warum wiegt die grünen Lilien einfach mal so viel? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ein bisschen Platz ist noch. Und der Kofferraum... äh, der... die... 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 die Tasche ist ja auch noch. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also zweimal fahren muss ich sowieso wegen auch den Klamotten. Mh, dann mache ich jetzt lieber mal die Tasche mit Klamotten voll. Wenn das nicht allzu schwer wird. Ah, es wird schwer. Mann, oh Mann, was sich jetzt hier schon alles überhaupt angesammelt hat, ne? Das hätte ich jetzt ehrlich nicht gedacht. Dass das jetzt doch schon... So viel ist. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas hier noch ganz unten gerutscht? Nein. Hoch. Hoch. So. Salz. Eiswürfel... äh... Es... Äh... Das kommt noch mit. Das kommt mit. Ja. So. Gut. Das ist soweit dann schon mal alles raus. Jetzt sind es quasi nur noch der Fernsehschrank, die Couch, das Bett, das ist der Teppich, das ist der Tisch. Ist nicht mehr so viel, ne? Aber mit den Möbeln kann dann Caitlin auch schon mal dann zu Dynasty fahren. Das ist dann nicht mehr so wild. Juscahschrank, fährungslos. St 갈등 Möbeln 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 Klar macht sich so ein Umzug immer anders, das ist verständlich, so ein richtiger Umzug. Aber das hier würde ich hier quasi sogar noch als kleinen Umzug betiteln, weil es sind halt nicht viele Möbel. Es ist nicht wirklich viel. Und was ich jetzt hier so noch lose und bei mir rumfliegen habe, das packe ich dann nachher in diese Tasche rein. Dann trägt sich das Ganze nachher dann auch noch ein bisschen leichter in diese andere Umhängetasche, die Kate hat. Aber dann wird es heute noch mit dem Umzug was. Wow! Ich bin ja doch ein kleines bisschen happy gerade. Ja! 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 Was ist ein kleines bisschen drin? Bist jemand nicht? Ja! Because gerade clips shest. Und ich sag mal so, die Wohnung, in die sie jetzt zieht, ist halt, ja, moderner. Es ist nicht mehr so runtergekommen. Der Teppich ist halt schön und ich glaube, das wird eine Wohnung, wo sie sich lange, lange drin wohlfühlen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, so für sich allein oder auch vielleicht irgendwann mal mit einem Partner zusammen, glaube ich, dass das ziemlich gut gehen kann. Das ist echt eine sehr, sehr schöne Wohnung. Eigentlich hatte ich ja von, also als damals diese Community-Streams waren, hatte ich ja diese wunderschönen, Häuser im Auge, die da direkt am Innenhafen von Los Santos sind, in der Nähe von den Kanälen. Die hatte ich da gesehen und die fand ich halt auch mega gut. Aber jetzt noch mit der, mit denen hier, finde ich, muss ich auch sagen, ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Oho! Die Flügel sind die Flügel und die Flügel sind in der Flügel. Und hier von dem Lager aus zu Alta Street ist es dann ja auch nicht mehr so weit. Ich muss jetzt gerade mal nur gucken, wo das hier überhaupt sein soll. Hier, ich bin jetzt falsch gefahren. Upsi, das war die falsche Einfahrt. Das war mir selber gerade bewusst geworden. Ups. Ach, hier. Ich muss mal gerade gucken. Ah, da bei dem Mann muss ich hin. Ich habe noch nie ein Lager angemietet. Glaub ich zumindest. Hallo, äh. Ja, genau, ich hätte gerne ein Möbellager. Hm, mittleres reicht. Dankeschön, äh. Nehmen Sie das auch entgegen? Ah. Okay, Moment. Ja, das ist so gut. Nein, ich bin wirklich sehr eng. Ja, das ist so gut. Ja, mal bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich mache das alles gerade mal ein kleines bisschen fixer. Okay. 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 Dann kommt noch du, 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 du und du rein. Okay. Okay. Das noch, das noch. So, dann hätten wir jetzt schon mal das alles aus dem Kofferraum raus. Dann heißt es jetzt noch mal nach Paleto fahren, um die letzten Sachen zu holen. Okay. So, dann fahren wir jetzt noch mal nach Paleto, holen die letzten Möbel und dann haben wir es geschafft. Und mit den Möbeln fahren wir dann auch direkt zu Dynasty. Dann fahre ich nicht noch mal hierher, sondern fahre das dann direkt zur neuen Wohnung hin. Weil macht ja an und für sich mehr Sinn, wenn ich es jetzt nicht noch mal ins Lager umpacke. Ne? Macht ja an und für sich viel mehr Sinn. So, ich lasse ich mal vor. Wer fährt mal vor, äh, ja, vorschriftsmäßig? Endlich mal jemanden vor einem haben, der vorschriftsmäßig fährt. Das ist mal etwas Erfrischendes. Das ist wirklich mal etwas Erfrischendes. Ohne Scheiß. Freut mich wirklich sehr. So, und jetzt ab auf eine Highway, nochmal hoch nach Paleto. Die letzten Möbel, Dynasty 8 und dann hoffen, dass da noch eine Wohnung frei ist für Kate. Oh, bitte drückt mir die Daumen. Ich weiß es denn nicht gerade selbst nicht. Aber die letzten Möbel sollten auch jetzt alle ins Auto reinpassen, glaube ich. All die Wahl haben wir, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir aus Paleto endlich wieder raus und in der Stadt und in einer schönen, auf schönen, sauberen, hellen Wohnung. Ja, einige Leute warten hier immer noch. Es war ja wieder ein Gamecrash gewesen. Naja, ich hoffe nur, dass der Nächste jetzt ein bisschen wieder auf sich fahren lässt. Nicht, dass ich hier gerade im Auto sitze und dann so, hm, wäre nicht so geil. So, aber dann machen wir jetzt hier das noch mit dem Umzug fertig. Zumindest die Möbel rüberbringen. Und dann, dann kann ich eigentlich auch den Wagen wieder zurück zu TJ bringen. Weil den Rest den würde ich dann so peu à peu dann vom Lager holen. Oder dann fahren wir noch mal kurz ans Lager ran, holen noch mal einen Schwung mit und dann, ja, das können wir auch machen. Mal sehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal einen sehr großen Teil aus der Wohnung raus. Und der Rest sind ja nur noch die Möbel und die passen, denke ich schon, alle ins Auto hinein. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Klar wäre es mit einer Mole einfach gewesen. Raus die Möbel. Rein, ähm, oder, naja, ja doch, man hätte auch schon zu Dainesty dann fahren können. Direkt dann zur Wohnung. Jetzt haben wir einen Schritt mehr, aber dafür gibt es Lager. Dafür gibt es ja diese Lager. Das Möbellager werde ich dann auch wieder kündigen. Das andere, das kostet ja nur 100 in der Woche. Vielleicht kann man das noch behalten. I don't know. Oh nein! Scheiße! Mikrofon muted. So. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich jetzt hier anfange. Ganz einfach aus dem Grund. Und, äh, der Gamecrash hat dazu geführt, dass, äh, das Auto, ähm, trotzdem weitergefahren ist. Und, ähm, ja, wie man das halt kennt, wenn man auf, wenn man Handbremse zieht und, äh, trotzdem Gas gibt, äh, brennen dann die Reifen durch. So. Und das ist jetzt passiert. Und ich hatte mich eigentlich erst gefragt, soll ich das als Ticket schreiben? Oder wie soll ich das Ganze jetzt, ähm, machen? Äh? Und hab jetzt einfach, ähm, ja, die schnellere Variante einfach mal gewählt. Ob's die klügere war, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall mir jetzt egal. Ich hab jetzt nochmal die 200 Dollar dafür bezahlt. Und, gut ist. Ich hab die Schnauze... Ich hab langsam... Ich bin mit den Nerven am Ende. Ich möchte eigentlich nur noch den ganzen Umzug hier hinter mich bringen und fertig. So, die letzten zwei Sachen. Und dann war's das. Dann war's das. Naja, so viel kannst du nicht tragen, bla bla bla. Und abbauen. Wett? Ist jetzt hier noch irgendwas drin? Nein. So. Also, ich guck lieber nochmal nach, ne? Sicher ist sicher. Nicht, dass ich doch noch irgendwas vergessen habe und dann ist es weg. Also, Möbel sind raus. Immobilie... Es hat auch nichts mehr. Das ist gut. Ist auch alles raus. Es ist alles raus. Gut. Das Haus ist leer. Jetzt geht's zu Dynasty. Und dann... Wir müssen nur noch die Sachen rüber. So. Und ich hoffe, inständig, dass es jetzt nicht nochmal zu einem Game Crash kommt. Ansonsten kriege ich echt doch noch die Krise. Aus dem Grund fahre ich jetzt auch etwas langsamer. Ich hab mir jetzt... Ich war jetzt gerade mit Vollgas unterwegs. Aber... Ich hab die stille Hoffnung, dass es einfach sicherer ist, wenn ich jetzt etwas langsamer fahre. Sollte der Game Crash sein, ich a nicht so weit weg vom Auto bin. Und b vielleicht die Reifen auch nicht nochmal durchdrehen. Das wäre natürlich ein Fest für mich. Ich setze jetzt einfach mal hier das Tempomat auf 105. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass das alles so weit dann klappt. Und mit 105 ist auch irgendwie klar, wenn du da schwere Möbel, dann kannst du halt auch nicht so schnell fahren. Deswegen fahre ich jetzt auch etwas langsamer. Ne? Da kannst du halt auch nicht mit einem Auto so schnell fahren. Ich schweige denn überhaupt mit einem LKW. Wegen der Last. Und der schieren Masse, die, wenn du abbremst, halt auch noch mit schwingt. Newtons, welches Gesetz das ist, weiß ich jetzt gerade nicht, aber irgendeins ist es. Trägheitsgesetz. Ich bin, glaube ich, froh, wenn das alles jetzt gleich weg ist. Ich hoffe, dass ich noch eine Wohnung da bekomme. So, und nochmal ein ganz anderes Thema, was mich schon mal gefragt wurde und ich auch darauf geantwortet habe bezüglich Streamen. Solange es immer noch so ein paar zu diesen Problemen kommt, wie Gamecrashes oder andere Sachen, möchte ich doch nicht unbedingt streamen. Einfach aus dem Grund, weil es doch immer sehr langwierig ist, dann wieder zu connecten und so weiter und so fort. Das ist mir halt am Freitag sehr bewusst geworden. Also, wer auf Streams von mir wartet, möchte ich doch nochmal bitten, ein bisschen Geduld zu haben. Oh nein, es geht schon wieder los. Okay. So, wie der Gamecrash überlebt. Gott sei Dank. Der Wagen ist aus. Gott sei Dank. Ich will nur noch, ich will es fertig haben. Ich will es nur noch fertig haben. Ich will es nur noch fertig kriegen. Oh mein Gott, ey. Mal wieder erstmal hier. Hä? Tempomat. Und dann... Tockeln wir weiter. Ich hoffe... Ja. Ich sag lieber nichts mehr. Es hat jetzt nur vier Minuten gehalten. Ja, in der Zwischenzeit ist es ein bisschen später geworden. Ähm... Ich hab mich in der Zwischenzeit über TS mit, äh... Jemand mit der, ähm... Also nochmal andersrum. Ich habe ja eben gerade die Sache vom vorigen Gamecrash bis zum Haus gelöscht. Eidie Weil. Ähm... Ja. Weil es einfach nur Scheiße war. Ähm... Da war eine LSC-Dame. Die hat mich auf TS angeschrieben. Ähm... Die mich tatsächlich wiedererkannt hatte. Aber ich sie nicht. Also... Uff... Das war damals, äh... Zu... Ähm... Ja quasi meinem zweiten Server damals. Äh... Jemand, den ich gekannt habe. Mit dem ich auch regelmäßig auf RP hatte. Also eher zum Ende hin. Aber ich hatte mit ihr RP. Äh... Ähm... Ähm... Ich hatte damals in der Lebensmittelproduktion ja, äh... Ihr immer die, ähm... 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 Brötchen und sowas zum Last Train gebracht hatte. Und dann so. Dann fiel der Groschen erst so. Ach ja. Mhm. Klar. Und sie war jetzt die LSC-Dame, die, ähm... Dem Auto wieder neue Reifen verpasst hatte. Aus ihrer Sicht waren die Reifen halt da. Ja. Aber, ähm... Ähm... Schaden muss halt ausgespielt werden. So sehe ich das auf jeden Fall. Ähm... Auf der anderen Seite natürlich, ähm... Ja, war es ein Gamecrush. Aber was soll ich anderes machen? Ich habe auch extra nochmal im Discord nachgefragt, was ich tun muss, was ich tun kann. Ist es ein Ticket wert? Ähm... Tja. Ich habe mich jetzt einfach mal für das entschieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist okay. Ähm... Weil... Zu Anfangszeit von Homestead, als ich hier angefangen hatte, da hatte ich... Ähm... Damals noch, in der ersten Staffel, hatte Amber ja so eine alte Schrottmühle gehabt. So eine ganz alte. Und die, äh... Hatte sich dann irgendwann mal auf den Kopf gedreht. Und, äh... Mir wurde dann halt durch die Bube halt auch gesagt. Ja, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Das muss das Spezialteam machen. Das war halt der Supporter. Da wurde dann auch ein Ticket eröffnet, dass das Auto sich halt umdreht. Und... Bearbeitungsgebühr wurde trotzdem gemacht. Bin sich jetzt auch in dem Sinne schlüssig. Ähm... Aber jetzt... Mit der bin ich jetzt eigentlich auch ganz d'accord. Und, ähm... Ja... Danke auf jeden Fall Jessie Döbler. Ich weiß nicht, ob du hier jetzt auch noch so heißt. Aber... Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Und... Ich weiß nicht, ob sie das sehen wird oder so. I don't know. Aber... Ja... Vielen lieben Dank. Und das ist alles nur OOC. Ich hoffe, das ist klar. Ja... Ja, hier stehen gerade sehr, sehr viele Autos ohne Besitzer rum. Aber das ist... Das ist auch mal wieder dem Gamecrash geschuldet. So... Wir sind jetzt endlich in der Stadt. Wir sind in der Stadt. Wir haben es geschafft. Ich sollte jetzt ein bisschen langsamer fahren, ne? Ein bisschen schneller kann ich schon. So, 80 ist okay. So, jetzt geht's. Wohnung kündigen. Neue anmieten. Und drückt mir die Daumen. Drückt mir bitte die Daumen, dass noch eine Wohnung frei ist. Wobei vorhin waren es ja auch noch einige da. So... Well, well, well. Hier ist viel los. So, hier passt wenigstens das Auto hin. So, wir sind jetzt safe. Ne. So. Und jetzt... Oh Gott, ich hoffe. Ich hoffe. Ich gucke erst, ob die, äh, ob die verfügbar ist. Die Wohnung. Dann, äh, sofort kündigen und die andere sofort anbieten. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe es so sehr. Ansonsten, vergleichbare Wohnung wäre schon ziemlich nice. So, Wohnungen. Genau. Alka Street. Was ist das? Ja. Das ist verfügbar. Es ist mir eigentlich jetzt gerade Bumpe. Welche Nummer ich mir da jetzt aussuche. Es ist die Wohnung. Yes. Gut, die eine Seite hier an der... Mit der... Ist egal. Okay. Kündige ich. So. Ein theoretisch. Perfekt. Und... Mieten. Ja. Wir haben es geschafft. Jetzt ist es unser. Jetzt gucke ich gerade mal. 25.000 Dollar. Aber hey, es hat geklappt. Und wir haben noch genug, um uns, äh... Um uns morgen die nächste Miete leisten zu können. Wir haben genug. Wir haben wirklich, Gott sei Dank, genug. So, und jetzt geht's zur neuen Wohnung. So, jetzt brauche ich mal den Koordinaten von der Wohnung. Alta Street. Nicht weit entfernt. Okay. Es ist wieder zentral gelegen in der Stadt. Es ist schön. So, jetzt kann mir eigentlich nicht mehr wirklich was passieren. Jetzt haben wir jetzt gerade... Die Nummer ist völlig Wumpe. Die Nummer ist mir scheißegal. Die Nummer ist mir scheißegal. Hauptsache... Raus aus Paleto. Und das haben wir jetzt geschafft. Wir haben es aus Paleto wieder raus geschafft. Und jetzt sind wir wieder in der Stadt. Und das wird natürlich, ähm... Ich sag mal so, vor allem die Kosten für Benzin natürlich bei Caitlin sehr runterziehen. Und das ist gut. Jetzt muss ich mich nur halt an den neuen Heimweg gewöhnen. So, und das ist das gute Objekt, glaube ich, hier gleich, ne? Na, ein Stück weiter noch. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo ich hier mich erstmal mit dem Auto hinstellen kann. So, dass es auch passt. Ja, so geht's. So. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Habe ich jetzt irgendwas schon dabei? Nein. Ich nehme schon mal ein bisschen was mit. Jetzt muss ich ja natürlich erstmal gucken. Äh... Erstens, welcher Stock? Zweitens... Äh... Ja, wie weit muss ich laufen? Welches Haus ist es jetzt genau? Aber ich glaube mal das hier. Alter Street 12. 13. Ach guck mal, was ein Luxus. Direkt hier unten. Was ein Glücksfall eigentlich. So. Oh, ja. Das sieht doch schon ganz anders aus. Oh, guckt euch das mal an. Oh, guckt euch das mal an. Das ist doch mega. Und... Oh, ja. Das ist schön. Jeder Schlafbereich sieht es gespiegelt. Ja. Und... Oh, ein schönes Bad. Okay, da ist immer noch der Fleck. Aber egal. Das ist egal. Aber schön. Wunderschön. Ja, wunderschön. So, ich stelle erst mal hin. Ähm... Das... Die Feinheiten, die mache ich... Ähm... Die mache ich wann anders. Oh, Moment. Warte mal so. Warte mal so. Nur damit ich hier ein bisschen Platz habe. So. So. Und dann kommt das Ganze mal ein bisschen hier so ran. So. Und... Nochmal F. Und fertig. Ich stelle das erst mal nur hin. Feinheiten mache ich später. Aber hier... Komm. Hier passt das bitte. Ja. Aber das ist doch schon viel hübscher. Viel schöner. Kann ich auch Sachen hier einlagern? Äh... Ne. Ich glaube nicht, ne. Ne. Ich kann hier nur abbauen. Ne. Es wird leider nichts. Ich muss ja noch die Sachen rüberholen. Äh... Die ich so habe. Ach ja. Mhm. So. Erst mal hinstellen. Ähm... Feinheiten mache ich nachher. Mir ist erst mal wichtig, dass alles hier ist. So. Und der Rest fügt sich. Ja. Das wird uns... Das wird die neue Wohnung von Kate. Ich finde sie schön. Ich finde sie gut. So. Dann jetzt nur noch in aller Ruhe. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. können wir in Ruhe die Sachen aus dem Lager holen. Die schweren Sachen hole ich noch mit dem Auto. So. So. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Ich bin zufrieden. Das wird jetzt, ähm... Natürlich eine Umstellung. Aber wir sind wieder in der Stadt. Hier haben wir jetzt mehr Möglichkeiten natürlich, ähm... Dem Nadelöhr aus dem Weg zu gehen. Ähm... Ja. Ja. Nur ein kleiner Wermutstropfen ist halt durch das, äh... Ähm... Lücken von Sachen. Also von den... Pomaden, Äppeln, Orangen... Fällt das natürlich weg. Es ist natürlich nicht aus der Welt. Das natürlich überhaupt nicht. Ähm... Man kann natürlich immer noch hinfahren. Ja. Das ist, äh... Völlig, völlig in Ordnung. Aber ich hole jetzt quasi nur noch die schweren Sachen mit dem Auto. Und dann bringe ich es, äh... Zurück zum Pearls. Und die kleinen Sachen, die hole ich dann mit dem Easy wieder ab. Jetzt werde ich hier erstmal wenden. Na... Jetzt weiß ich ja Bescheid, wie das hier funktioniert. Hier rein. Dann kann ich nämlich schon mal das Möbel Lager werden. wieder kündigen. Das brauche ich ja nicht. So. 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 Was alles hier noch mit kann. Erstmal... Jetzt packe ich jetzt wieder ins Auto, bringe es rüber. Äh... So. 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 Dann kommt das hier wieder rein. Und die letzten Sachen. So. Und die letzten Sachen. dann... Mein Möbel Lager kann ich wieder kündigen. Ja. Jetzt hätte ich noch bis 22 Uhr Zeit, alles rauszuholen. Aber jetzt ist ja alles draußen. So. Und den Rest, wie gesagt, den kann ich mit dem Easy ab. Das kann ich alles mit dem Easy abholen. So. Jetzt muss ich mich noch mal ein bisschen mehr an diese neue Wohnung gewöhnen mit dem neuen Koordinaten. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit erstmal so sein, dass wir ja erstmal noch nach Koordinaten fahren. Ja. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen erleichtert. Wir haben jetzt eine Wohnung in der Stadt. Der Rest fügt sich. Definitiv. Jetzt kann man auch darüber nachdenken, auch ein paar mehr Möbel sich dann auch anzuschaffen. Genau, mein Kleiner. Du hast es eilig. Dass man auch im Gegenverkehr dann fährt. Ja. 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 Jetzt bin ich hier auf der Rückseite, ist egal. Ich glaube, dass hier in der Nähe auch noch eine Garage für die Autos ist. Also so eine, ja, halt eine Privatgarage. Aber hier in der Nähe ist, glaube ich, auch eine öffentliche Garage. Und das hier, das könnte auch vielleicht eine sein. Eventuell. I don't know. So. Jetzt sind wir erstmal wieder da. In unserem neuen Reich. Ach, schön. Äh, ja. Ich pack das erstmal hier so rauf. Das kommt ja nachher erstmal noch ordentlich weg. Was 50 Objekte in deinem Heim platziert. Sind das wirklich so viele gewesen? Oh Mann. Äh. Ich würde fast sagen, die könnte man auch hier drauf so stehen lassen, ne? Könnte man. Eventuell. Wenn man sie ein bisschen dreht. So. Und dann nochmal ein bisschen an die Wand. So, aber nicht, dass sie halt mit den Blättern dann dagegen. Das ist doch, das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Die könnte sowas schon da stehen bleiben. Yay. Ach nee, wartet. Ich habe ja noch mehr Bücher. Ach nee, der Beistelltisch. Ach ja. So. Und die Bücherstapel. So, die kommen erstmal dahin. Ich brauche hier aber auch noch freie Gänge. Äh. Den hier stelle ich erstmal dahin. Aber den drehe ich noch ein wenig. Wenn mir der nachher auch ordentlich steht. So. Jupp. Hol hier mal die letzten Sachen aus dem Auto. Äh. Das Sofa steht noch. Noch im Weg. Noch. Das kommt ja nachher weg. Ja. Haben wir es geschafft, ne? Gott sei Dank. So. Bücherin. Die ganzen Bücher. Der Teppich. Wie habe ich das denn vorhin geschafft? Ich glaube, das war anders. Äh. Ich glaube, das hatte ich da mal. Das hatte ich anders rausgenommen. Das kann gut sein. Ich glaube, das war anders. So. Den Schlüssel kann ich glaube ich auch morgen TJ zurückgeben. Ich glaube, da ist er nicht böse, wenn ich das heute ähm noch bei mir lasse. Ich glaube, das äh stelle ich auch gleich richtig hin. Dann ist das nämlich schon gut. So. Einmal drehen. Und zwar so. Dann nochmal so. Und an die Wand. Und zwar richtig an die Wand. Ich finde das richtig, richtig gut mit dem, ähm, drehen und ne? Richtig rotieren. So. Perfekt. Das steht dann auch schon ordentlich. Super. Ähm. Ja, stimmt. So. 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 Der Teppich. Der Teppich. Es wird natürlich nochmal ein kleines Problem. Aber ist egal. So. Die erstmal. Wie gesagt. Alles erstmal stehen lassen. Und wenn ich es morgen erst fertig dekoriere. Morgen Vormittag oder so. Dann ist das auch noch in Ordnung. Ganz ehrlich. Ist doch auch erstmal Wumpe. Ja. Ist erstmal egal. Er steht erstmal. Ne. Holen wir die letzten Sachen. Und dann bringen wir den Wagen weg. Und holen unseren süßen Isi. So. Der noch. Und die. So. Immer wieder rein. Und wieder raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Aber egal. So. Der Fernsehtisch. Tja. Nun. Den müssen wir natürlich jetzt ein bisschen anders platzieren. Aber stellen wir ihn erstmal dahin. Äh. Genau. Die College Tasche. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube. Hier wird jetzt. Hier. Genau. Und jetzt bringen wir den Landstalker wieder zurück. Und holen den Isi. Und mit dem holen wir dann die letzten Sachen. Und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir es geschafft. Auf jeden Fall ist das eine sehr sehr schnuckelige süße Wohnung. So. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann haben wir das alles wieder hier wieder geschickt. Und dann haben wir das. Jetzt sind wir jetzt hier wieder mitten im geschehen. Drinne. Mitten in der Stadt. was ich tatsächlich auch schön finde. Paleto ist schön, aber die Stadt lebt halt viel, viel mehr. Das muss man dazu halt auch sagen. Und hier haben wir natürlich auch unsere Joggingstrecken, unsere Fahrradstrecken, die wir ganz easy auch fahren können. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber jetzt fahren wir zum Pearls, bringen den Landstalker wieder weg. Vielen lieben Dank, TJ, für die Hilfe. Ich werde ihnen auch noch schreiben, dass er wieder da ist. Den Schlüssel sollten wir uns heute nicht mehr treffen. Wenn ich morgen ihn wieder zurückgebe. Er kriegt ihn auf jeden Fall zurück. Wisst ihr was? Ich gucke gerade mal kurz, das habe ich an. Okay, ich werde ihn noch mal voll tanken. Mit Diesel dieses Mal. Ich tanke ihn noch mal mit Diesel. Einfach nur als Danke. Wir haben jetzt so viel mit dem verballert, also puh. Da können wir dann auch getrost mal ein bisschen was zurückgeben. Es ist zwar nicht der Insano Road geworden, die Wohnung hätte ich natürlich auch sehr gefeiert. Aber die finde ich auch sehr, sehr schön. Die ist zentral gelegen in der Stadt. Was für mich und für Kate auch ein ziemlicher Pluspunkt ist. Wiesel ist natürlich auch viel günstiger. Wiesel ist natürlich auch viel günstiger. Dann geht es jetzt wieder vollgetankt. Zum Rück. Mit dem Ding. Und wir holen uns jetzt wieder unseren Issy. Und mit dem geht es noch mal kurz ans Lager. Klamotten holen. Auf jeden Fall die Klamotten. Die anderen Sachen, die sind jetzt noch nicht so richtig. Die kann man dann immer noch morgen holen. Wenn nicht alles reinpasst. Die auf den Boden gourmet. 1. 2. 3. 4. 6. 4. 5. 6. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. Avis contract. 16. baseball. 16. 17. 18. So, mein Süßer. Da bist du ja wieder. Ab zum Lager. Und dann ab nach Hause. Katelyn hat den Umzug geschafft. Ein Glück ist der jetzt durch. Jetzt bezahlt sie zwar fast das Doppelte. Aber ganz ehrlich, egal. Es ist gerade echt egal. Sie fand es in Paleto schön. Aber diese Sorgen, die sie hatte, die waren, glaube ich, auch nicht ganz unbegründet. Klar, die gibt es hier in der Stadt noch mehr. Aber es ist halt ein Krampf, wenn du in Paleto wohnst und da ist einfach mal die ganze Stadt abgesperrt, weil du da nicht rein kannst. Weil da irgendwas wieder abläuft. Ist scheiße. Ist einfach nur Mist. Und in der Stadt ist halt tatsächlich viel mehr los. Es hatte schon einen Grund, wieso Paleto nicht weiter bespielt wurde oder bespielt wird. Weil sich halt sauviel, also 90% von allem sich in der Stadt abspielt. Verfolgungsjagden. Verfolgungsjagden. Das ganze RP-Leben. Ja. Man kann es nicht anders leugnen. Ich fahre nicht über den Highway. Das wird nicht klappen. Aber ich fahre mal hier lang. Ja, ich habe eine Ahnung. Ja, doch. Jetzt weiß ich, wo ich ungefähr lang muss. Dann komme ich da schon hin, wo ich hin will. Jetzt bin ich richtig. Und von hier aus komme ich natürlich auch viel leichter rein. Weil von hier ja die Einfahrt ist. Ach, ich bin ja ein Fuchs. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Das wichtigste sind die Klamotten. Was ich dann noch alles zusätzlich mitbekomme, ist natürlich top. Untertitelung des ZDF, 2020 ist voll. Hey, wir haben es. Wir haben alles raus. Dann können wir auch das Lager kündigen. Dann haben wir jetzt alles raus. Wir haben es geschafft. So, noch ein letztes Mal die GPS-Koordinaten. Und ab. Nach Hause! Umzug mit Hindernissen. Ich glaube, so wird die Folge heißen. Ich sage ganz ehrlich, wenn diese Gamecrashes nicht gewesen wären, dann wäre das ganze jetzt schon längst über die Bühne gewesen. Aber egal. Ist jetzt auch Schnuppe. Jetzt haben wir es geschafft. Oh, der hat aufgepasst. Und ein gutes hat es auch noch. Die Wohnung ist in der Nähe von Krapea. Vom Klamottenladen. Also, es hat alles schon seine echt guten Vorteile, dass wir jetzt hier rufen. Guck mal, hier ist auch eine zur Not vielleicht ein Parkmöglichkeit. Wir haben es geschafft. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Meine Güte. Was eine Geburt. Was eine Geburt. So, jetzt wird erstmal gleich TJ geschrieben, dass wir umgezogen sind, dass der Umzug ruhig ist. Geschafft. Und der Landstalker erstmal da steht. Am Pearls. Und der Umzug ist durch. Und der Umzug ist durch. Und der Umzug ist durch. Wusste jetzt nicht, ob du wieder da bist. Ich habe ihn auch voll getrankt. Tausend Dank dafür. Gut. So, jetzt kommen erstmal die ganzen Klamotten wieder rein. Die müssen jetzt erstmal alle wieder in den Kleiderschrank. Das sortieren. Das lasse ich mir jetzt. So, das waren die Klamotten. Und so. Rosa, die Trauben, Pfeffer und Salz, Nudeln, Olivenöl, die Eiswürfel. Ja, die werden jetzt natürlich schon geschmolzen. Ich weiß. Noch mehr Nudeln, noch mehr Zucker, die Orangen und der Rest, der kann bleiben. So. Meine Lieben, wir haben es geschafft. Ich würde dann für heute hier jetzt das Let's Play beenden. Ich mache jetzt hier noch die Wohnung schön und dann ist für mich heute auch Sabbat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte, das ist immer so. Ne? Aber es ist der Server, der leider so paar Problemchen ab und zu hat. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.